Herzlichen Glückwunsch zu Nerd Talk. Wer uns häufiger hört, der wird wissen, dass unsere besten Sendungen die sind, die wir ganz, ganz schlecht vorbereitet haben. Und da, glaube ich, erwartet uns heute hier wirklich wieder ein Meilenstein auf dem Weg zum Podcaster-Himmel. Ja, wir fangen einfach mal an mit unserer ziemlich ungeplanten Episode. Viel Spaß! Mit unserer ziemlich unge... Ich dachte, jetzt kommt mit unserer ziemlich ungeplanten Titelmelodie. Mit unserer ziemlich nicht-sagenden Titelmelodie. Die ist ja so ungefähr das Einzige, was tatsächlich geplant ist. Genau, ja, stimmt. Die läuft immer 1A, die Kapelle, on point. Ja. Naja, gut, Kinder, ihr habt euch also offensichtlich auch nicht vorbereitet. Nö, überhaupt. Mal wieder. Ja, ist ja von einer Top 5 kaum zu unterscheiden. Badabums! Badabums, ja. Ja, gut, du, ich habe auch ehrlich gesagt so ganz wenig nur gesehen. Ich habe Peek geguckt. Du hast Peek geguckt? Ja, ja, Peek-Peek. Warte mal, dann musst du das erstmal in den Konzeptzettel hier reinschreiben. Ja, ja, ich mache das jetzt gerade. Ja, bei mir, ich habe zumindest vorbereitet, ja, muss man auch mal so sagen. Äh, ich habe da meine Dinge eingetragen. Ich habe zum Beispiel auch einen 3-Buchstaben-Film. 3-Buchstaben-Film. Äh, ich habe zumindest in der Speedround Old mitgebracht. So. Und so ein bisschen was Aktuelles. Und damit wir gleich mal die Hörer, damit wir die, damit wir gleich, siehste, nächste Top 5, schreib es gleich weg, Micha. 3-Buchstaben-Filme. Top 5 von 3-Buchstaben-Filmen. Also, Pig Old. Genau. Ja, das war's. Wir finden noch was. Aber damit wir gleich die Hörer auf unserer Seite haben, bei mir geht's um Porno. Bad Luck Banging or Loony Porn. Hab ich auch gesehen. Ja, wie ist das ein, ist das ein Porno wirklich? Ah, kommen wir nachher drauf. Meine, meine ersten X-Hamster-Erlebnisse hier bei Nerdtalk breitgetreten. Ja, ja, wirklich mal. Gibt's ja bald nicht mehr, ne, wird ja hier abgespäht. Ja, habe ich auch gelesen, was ist da denn los, ey? Bissen die Leute nicht, dass es ganz viele einsame Menschen in der Pandemie gibt? Das kann ja wohl nicht sein. Erklärt mich mal auf, ich hab's tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, wegen Jugendschutz wird da irgendwie YouPorn oder so, oder Pornhub in Deutschland wohl einfach abgeschaltet. Ja. Noch geht's, hab ich gehört. Ja, genau. Jede Minute so Refresh. Journalistische Anspruch. Fep, 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 fep. Genau. Ähm, ja, nee, aber, also, ich mein, weißt du, ich sag mal so, es ist halt, es ist halt, wie Jeff Goldblum gesagt hat, ne, Pornografie findet einen Weg, ähm, aber, also, ich mein, es wird jetzt, wenn's nicht YouPorn ist oder Pornhub oder so, dann wird's irgendwas anderes sein, aber ich denk mir so, kannst jetzt auch nicht einfach die größte Pornoplattform abschalten, oder? Also, 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 wie soll das denn gehen? Nein, also. Vor allem Jugendschutz, hallo, man muss ja bestätigen, dass man 18 ist, hallo. Genau. Ja, aber ich denk mir so, also, dann lasst euch halt was einfallen mit irgendwie, ich mein, funktioniert ja irgendwie mit Krypto, äh, Dings, Börsen auch, wo du dann deinen Scheiß hochladen musst, so. Also, ich mein, du wirst schon noch hinkriegen, das zu verifizieren, ob jemand 18 ist. Und, ich glaub, es geht eher darum, dass die Inhalte da drauf sozusagen potenziell kinderpornografisch sind, oder? Und man das irgendwie nicht sauber trennen kann oder kontrollieren kann. Aber wie gesagt, ich hab mich jetzt auch nicht in das Thema reingelesen. Also, also, die Sache ist so oder so, also, ähm, ich hab jetzt mal ganz grob den Artikel überflogen, es ist genauso, wie es schon die letzten Jahre immer wieder der Vorstoß war, ähm, natürlich hat das deutsche Recht und auch die deutsche, ähm, die deutsche Justiz nicht die Möglichkeit, äh, Plattformen auf, äh, total, äh, in einen total anderen Ländern, ähm, offline zu nehmen, wenn die nicht wirklich dann auch nach internationalem Recht, äh, Straftaten begehen. Zum Beispiel war jetzt ja irgendwie Anfang des Jahres ein ganz großer, ähm, ganz großes Aufdecken von so einem Kinderporno-Ring, das ist international, da konnte natürlich dann die deutsche Justiz auch international agieren. Aber X-Samsung, YouTube, äh, YouTube, DuPorn und sowas sind dann natürlich gewissermaßen legal. Long story short, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass, ähm, dann Provider wie die Telekom oder die Vodafone darauf angewiesen werden, einfach diesen Verkehr nicht bereitzustellen. Verkehr bereitzustellen, doppeldeutig. Du wirklich, also wirklich, ne, Worte kannst du, ne? Also letztlich, äh, das war noch nicht mal beabsichtigt, ähm, letztlich läuft das also vermutlich wieder auf DNS-Sperren drauf hinaus, dass einfach, wenn du xhamster.de eingibst, dass da nicht, äh, aufgerufen wird, beziehungsweise du nicht auf die entsprechende Seite weitergeleitet wirst. Aber du kannst dir ja mit wirklich sehr, sehr geringem, mit sehr, sehr geringer Kenntnis, ähm, einen anderen solchen DNS-Server eintragen, wo dann eben dieser Eintrag, xhamster entspricht IP-Adresse oder Server im Internet so und so, der das halt bei sich im Katalog drinnen hat. So, und zack, kannst du diese Seiten wieder aufrufen. Und das, ähm. Ja, wenn ihr es genau wissen wollt, phil.nerdtalk.de. Ja, tatsächlich. Kannst du dir nachfragen. Tatsächlich, phil.nerdtalk, er zeigt euch die Welt. Er macht euch Porno klar. Ja, okay, also im Porno-Bereich ist das ja okay, noch ganz nett und Jugendschutz, ja, grundsätzlich ja nicht so ganz falsch, aber die 13-Jährigen wissen heutzutage auch, wie sie, wie sie DNS faken, äh, beziehungsweise umgehen können. Und die gleiche Argumentation, wo es halt ein bisschen schwieriger wird und auch tatsächlich anklagenswert ist, tatsächlich, wenn die deutsche Politik entscheidet, so, hier ist eine Kinder-Porno-Webseite oder Missbrauchseite. Und, äh, wir sagen jetzt, da wurde von der Telekom so, diese Weiterleitung sozusagen, diese Namensauflösung, die macht ihr jetzt nicht mehr, weil das ist dann wirklich Augenzuhalten vor, äh, vor der Realität. Anstatt, dass man da dann gegen Missbrauchsplattformen was tut und sie abschaltet, sagt man einfach, ja, nee, wir können sie nicht mehr aufrufen, wir sehen sie nicht mehr. Egal. Stimmt, das ist ja so ein Bekämpfen von Symptomen und nicht von Ursachen, ne? Genau, richtig. Und, äh, gut, bei Porno, wie gesagt, das ist ja so gesehen legal, ich, äh, ich glaub, das ist wieder so ein, so ein Feigenblatt. Wir haben was getan, aber zeigt mir den Jugendlichen, äh, weißt du, die sind heute auf TikTok unterwegs und sind mit 13, 14 Influencern, wissen ganz genau, wie dieser, die ganze Technik läuft. Aber dann zu dumm irgendwie sich eine App herunterzuladen oder ein YouTube-Video anzugucken, wie man einen eigenen Rechner, äh, umkonfiguriert, das ist wirklich ein Vorgang für Handys. Gibt es Apps, dass das super leicht geht und für, äh, für den PC, der Vorgang, das YouTube-Video geht eine Minute und das hat schon viel erklärt, so schnell kannst du den DNS-Server wechseln. Hm. Also der Vorgang ist nicht besonders cool. Ja, ich komm auf dich, ich komm auf dich zurück. Ja, sehr gern, sehr gern. Ja, manchmal haben wir ja direkt die Sendung eingeläutet hier mit so einem Schmankerl-Thema. Ja, aber wenn, aber wenn, aber wenn wir da schon bei, äh, Recht und Unrecht und so etwas sind und, äh, was ist eigentlich erlaubt und wie wird damit umgegangen? Ja, letztes Mal haben wir da eine Sendung aufgenommen und wir haben über Mediathek-View oder Mediathek-View-Web gesprochen, ähm, und, äh, dann hast du mich ja auch so gefragt, ja, sag mal, wenn ihr euch da irgendwelche Sachen aus der Mediathek herunterladet, äh, ist das legal? Und, äh, ja, äh, tatsächlich so und Andi und ich, wir haben zwar gemeint, ja, hier, äh, Privatkopie und so, ja, aber, äh, letztlich hab ich dann ja aus dem, aus dem Off noch mal reingehört, geschnitten, so von wegen, naja, so ein richtiges Gerichtsurteil oder sowas gibt es da nicht, was wir, worauf wir uns beziehen können. Da hab ich so gedacht, hm, wir wissen gar nicht so genau, was Phase ist, fragen wir doch einfach mal nach. Und ich hab dann mal bei der, ähm, äh, hab dann bei der ARD mal nachgefragt und, äh, geantwortet hat dann auch tatsächlich die Chefredakteurin von ARD.de und, ähm, die weist darauf hin, dass die Inhalte der ARD-Mediathek natürlich urheberrechtlich geschützt sind, jedoch das Erstellen einer Privatkopie, also die Aufnahme einer Sendung für ausschließlich private und nicht kommerzielle Zwecke, ganz legal ist, ganz egal, ob man das jetzt auf eine Festplatte aufnimmt oder über so Dienstleister wie SafeTV und damit natürlich auch Mediathek View, beziehungsweise Mediathek View Web. Ja. So, ne, und, äh, damit haben wir es jetzt einmal hochoffiziell, es ist, äh, legal für den Privatgebrauch. Hm. Hatten wir letztes Mal schon so vermutet. Aber nicht vergessen, die Sachen sind trotzdem urheberrechtlich geschützt. Tatsächlich, das geht da. Das ist, das ist der springende Punkt, ne? Genau, das geht da halt, äh, tatsächlich, äh, gut unter, von daher gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Äh, tatsächlich, am Ende ist das nicht irgendwie Gemeinwerk, was frei verteilt werden kann, sondern es gehört schon der ARD. Ja. Na. Oder dem jeweiligen Urheber, so. Ja, aber fand ich ganz interessant, äh, lieben Dank da auch an die ARD, die auch echt schnell geantwortet haben. Ähm, war ganz gut, oder ist ganz gut, da jetzt auch mal Verbindlichkeit drin zu haben, anstatt da irgendwie sich auf Foren und Mutmaßungen, äh, ausruhen zu wollen oder zu müssen. Ja. Ja. Gut, gut. Ja, was haben wir noch so hier? Ja, äh, Micha, du hast dich in der Filmwelt herumgetrieben, hab ich gesehen, und hast so ein paar Teaser und Trailer mitgebracht. Ist das so? Ja, wenn nicht. Hab ich. Ja, nee, ja, nee, also, ich wollte nur einfach auch nochmal hochoffiziell hier im Podcast sagen, wegen dem Matrix-Teaser, ich hab's euch ja gesagt. Inwiefern? Ja, also, ich mein, hast du, hast du, hast du, folgst du Nerd Talk auf Twitter? Also, nochmal. Hörst du zu, was dein Podcast-Kollege so erzählt? Ne? Ich frag einfach nochmal. Ich habe mir den Teaser angeschaut, selbstverständlich. Den neuen jetzt. Ja, ja, den neuen. Déjà-vu. Ja, genau, Déjà-vu, so sieht's aus. Nee, weil wir hatten ja vor ein paar Wochen in der Sendung, oder nicht wir, sondern ich, so ein bisschen darüber sinniert, ja, was es jetzt mit dem neuen Matrix-Film auf sich hat und was das alles so bedeuten kann und so. Und dass ja das vielleicht gar kein Zufall ist, dass der so seltsam vertraut aussieht, der Film. Und dann haut Warner einfach diesen, diesen Teaser jetzt raus, der so geil ist, muss ich sagen. Also, da hast du ja angeguckt, wie du gerade gesagt hast, mit diesen Überblendungen von dem alten Film und dem neuen Film und so. schon fett. Also, da muss ich sagen, da, da dachtest du, ja, Matrix wird bestimmt scheiße. Aber, aber der Teaser macht zumindest ein bisschen Bock. Aber, aber es passt zumindest, ne, also, worauf ich hinaus will, ich hab's euch ja gesagt. Déjà-vu, das ist das, das ist das Thema. Die Dinge waren schon mal da. Du hast das Thema dich mitgebracht, weil es ein, äh, weil es jetzt einen Teaser gibt zu einem Film, wo vielleicht die gesamte Welt nochmal drauf wartet oder eine große Fanbase drauf wartet. Eigentlich hab ich dich richtig verstanden. Du hast das Thema mitgebracht, um uns einfach nochmal, so. Nochmal vorzuführen, wer hier eigentlich, ich hab recht, wer hier eigentlich den Karren jedes Mal aus dem Dreck zieht. Da wollte ich nochmal sagen, ich hatte bei den Mediatheken-Downloads recht, ne, nochmal so viel dazu. Dann hab ich letztes Mal gesagt, als Privatkopie ist das alles einwandfrei. Ja, aber das klang trotzdem alles sehr fadenscheinig, was du gesagt hast, Andy. Ja, muss das auch sicher rüberbringen, mit sicherer Stimme. Also, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Inkompetenz, Kompensationskompetenz. So sieht's aus, ja. Äh, was Matrix betrifft, ähm, ich bleib aber auch bei meinem Statement, äh, dieser Film funkt oder die ganzen Teaser und vermutlich auch der gesamte Film funktionieren, weil dort so ein Matrix-Nimbus drumherum ist. Ich hab mal wieder versucht, mir diesen Teaser auch im Kontext des ersten oder der ersten Trailer anzugucken, ähm, und zu, einfach das abstrakt mal zu betrachten, okay, angenommen, es gäbe nicht diesen Matrix-Hype, wie wirkt der Teaser dann auf dich? Und da wirkt er dann doch ein bisschen krude. Jetzt ist er, jetzt ist das natürlich gerade in diesem Moment einer, der tatsächlich mit der alten Welt spielt, aber was dort so gezeigt wird und wie dort die Aufmachung ist, ich bin skeptisch, ich bin skeptisch, ob das alles nochmal funktioniert. Ja, also ich bin auch kein, also haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich bin ja auch kein Fan von irgendwie, wie die jetzt diese Ästhetik so halb gar so neu aufbereitet haben, so, ja, weil irgendwie sieht's so aus wie das Alte, aber irgendwie auch nicht, irgendwie so alles bunt und komisch, aber der Trailer ist halt geil, weil, also deswegen sag ich ja, der, 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 der Film wird wahrscheinlich richtig abstinken und ich mein, der kommt jetzt in drei Wochen raus, ey, kannst du dir das vorstellen, ähm, aber der Teaser ist halt einfach wirklich gut gemacht. Kann ich mir das vorstellen, ich kann mir, also was, äh, Zeit und Raum sind in der aktuellen Phase auch eher so liquidisch Begriffe. Eben, genau, also was sind drei Wochen, ne? Ja, äh, was ist ein Jahr, also was ist 2021, so, ähm, ja. Ähm, naja, jedenfalls, ja, war, war irgendwie ein geiles Ding und ich dachte mir so, ha, hab ich's euch doch gesagt. Also, ne, wenn ihr Infos früher haben wollt, als alle anderen, immer schön Nörd-Talk hören. Und auf Micha hören, haben wir gesagt. Und auf Micha hören vor allem, genau, das wollte ich, das wollte ich, das wollte ich nicht. damit zum Ausdruck kriegen. Ja, ja, und ansonsten, was noch so war in der Filmwelt, ja, Nicolas Cage spielt jetzt Dracula anscheinend. Von dem Regisseur in einem Film, äh, also Nicolas Holt spielt auch mit, aber der Regisseur ist der Regisseur von unser aller Lieblingsfilm, The Tomorrow War. Oh, jawoll. Und da denke ich mir so, äh. Arthouse. Ja, genau, also, kann eigentlich nur scheiße werden, glaub ich, aber gut, schauen wir mal. Also Nicolas Cage, ne, ist ja jetzt wieder, also du hast ja neulich Pig mitgebracht, den hab ich jetzt auch gesehen. Äh, genau, der ist jetzt wieder so ein bisschen rehabilitiert, aber, ja, ob das jetzt so mit Dracula so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Ich hing, ähm, jetzt gerade vorgestern mit Lars und einem Kommilitonen im, äh, beim Spielen, Phasmophobia, wir spielen viel Phasmophobia, ähm, und, äh, Lars kam auf die Idee, äh, jetzt im neuen Jahr jede Woche einen Nicolas Cage-Film zu sehen. Und ich hab mich einfach mal diesem erstmal noch im Spaß geäußerten, äh, Vorhaben angeschlossen. Ich bin sehr, sehr gespannt, mal so den The Rise and The Fall of Nicolas Cage zu sehen, weil auch, äh, du hattest das ja auch, glaub ich, auf Twitter geteilt, Micha, und auch bei uns im Slack, glaub ich, das erwähnt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ne, nur auf Twitter, ist auch egal. Auf jeden Fall hat irgendwer dann geantwortet, ja, also für mich ist im Grunde Nicolas Cage der Inbegriff von, äh, Trash. Und, ähm, also geworden zumindest, geworden. Und, äh, mich interessiert tatsächlich mal, wie kommt's denn dazu, weil auch wieder Dracula und auch die ganz anderen Filme, wenn man sich mal anguckt, was Nicolas Cage in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, erstens, das ist viel, zweitens, davon hat man nicht viel gehört, und drittens, allein die Poster sind Trash. So, und da frag ich mich einfach auch so ein bisschen, was steckt dahinter, warum tut der das, und wie kommt es, dass ein, äh, dann doch renommierter Action, äh, Held, hätte ich fast gesagt, Action-Schauspieler, dann eben ins, ja, Abrutsch möchte ich nicht sagen. So klar, wie er aktuell dort diese, diese Filmproduktionen sich da rein besetzen lässt, hat das ja auch nichts mit Zufall zu tun, aber wie kommt es zu dieser Entscheidung, das zu tun? Deswegen, ich bin gespannt auf Dracula. Real Talk, ich würd's mir angucken. Also, aber wie, zu welchen Entscheidungen jetzt? Äh, solche Trash-Nischenfilme, nicht high value productions. Ja, das machen Schauffieler nicht freiwillig. Also, das passiert halt dann halt einfach, ne, kriegst halt einfach nicht mehr die fetten Rollen, sondern kriegst halt einfach irgendwie irgendwas angeboten, denkst, vielleicht wird das auch geil, und dann stellst du dich aber beim Dreh heraus, so geil ist es gar nicht, aber dann bist du halt in dem Film drin, ja, und dann heißt das so, uff, Nicolas Cage, na, ich weiß ja nicht, da hat er seine besten Jahre auch schon hinter sich, ne, und dann wirst du halt nur noch für so, für so Scheiß besetzt, von jungen Regisseuren, die dann so meinen, ey, geil, wir haben Nicolas Cage, mach den Nicolas Cage. Ja, die dann nur das von ihm sehen wollen, so durchgeknallter Nicolas Cage, ja. Und dann kommt auf einmal so ein Film wie Peg und alle so, oh, der kann ja schauspielern, oh, wobei, da kommen wir auch noch gleich zu, was Schauspielern eigentlich bedeutet, aber, ja. Naja. Ja, aber, äh, tatsächlich hab ich auch zur Kenntnis genommen, äh, auch schallend gelacht über, äh, Nicolas Cage als Dracula, und ich, guck mir das mal an, wird schon irgendwie relativ schnell auf irgendwelchen Sendern, Diensten, whatever, verfügbar sein. Ja, gut, ich mein, fängt, wird ja jetzt erstmal geplant, der Film, also, da gehen schon nochmal gut zwei Jahre ins Land oder so, ne. Und, äh, andererseits, was ist Zeit? Genau. Was ist Zeit, ja. Zieht sich durch diesen Podcast, ne. Genau, Titel für die Sendung. Ja. Ja. Wenn wir schon bei irgendwie Verwertungen von irgendwelchen Filmen oder so im Filmding sind, bevor Andi und ich, glaub ich, ziemlich viel über Nerd-Themen nochmal reden möchten, oder über Tech und Gadgets und so etwas, ähm. Ähm, es wabert grad durch meine Bubble ein ziemlich interessantes Video, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, das ist ein YouTuber, MrBeast, mit überschaubaren 83 Millionen Subscribern, ähm, der tatsächlich, äh, das Squid Game in Real Life gemacht hat. Natürlich ohne Töten, aber schon, er hat da dann, ähm, eine, eine große Menge, ich glaube tatsächlich 456 Teilnehmende waren's, glaub ich, irgendwie so in dem Dreh, ähm, dort genau diesen Squid Game Spielen ausgesetzt. Und der oder die Gewinnerin können, äh, immerhin 456.000 Dollar gewinnen. Und, äh, das ist ein unfassbar unterhaltsames Video, kann ich euch echt nur ans Herz legen, weil, äh, dieser MrBeast da eben auch das, gerade das, das, das Setting so richtig gut gemacht hat. Das ist nicht irgendwie so, wir übernehmen mal die, äh, die Idee und machen da was ganz eigenes draus, sondern das sieht wirklich nahezu eins zu eins aus wie das Setting in Squid Game. Und auch so die Aufenthaltsräume ist dann wie ein Squid Game, dieses, dieses riesige, diese Halle mit Bettenlager und so etwas. Ähm, also wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, sowohl ihr beide als auch die ganzen Hörer, Hörer da draußen, guckt euch das mal an, wir werfen das auch mal in die, äh, Kommentare. Halbe Stunde Squid Game in Real Life hat was. Also, ich sag mal, ich hab's, ich hab mir da kurz, ich hab da kurz mal reingeguckt, aber war dann irgendwie so, wie soll ich sagen, abgeturnt, weil ich mir so dachte, warum, warum soll ich mir das angucken? Also, ich hab den Reiz dahinter überhaupt nicht verstanden. Nämlich so denk, ah, cool, du hast also quasi das, was in der Show schon zu sehen war, einfach jetzt nochmal gemacht in Billig. Äh, pfff. Ja, ja, ja. Cool. Ja. Ne, also, das ist ja dieses, dieses Ding, was, was, was ja im Internet, also jetzt, pass auf, jetzt bitte ich richtig Truth jetzt. Ja. Ähm, dieses Ding, was ja so in der Gegenwart sozusagen unseres Medienkonsums irgendwie angekommen ist, dieses ewige Wiederkauen und, äh, Re-Rezipieren und, und kommentieren und Reactions auf Videos und so, dass dann so Leute, die dann Content über Content über Content machen, dann die eigentlichen Stars auf einmal sind, obwohl sie eigentlich gar nichts geleistet haben, sondern einfach nur auf Dinge reagieren, die wer anders gemacht hat, auf die wer anders reagiert hat. Und irgendwie denk ich mir so, ach, das ist so eine, das ist so eine komische Content-Creator-Bubble, wo ich mir so denk, hm, ich weiß nicht, was damit anfangen soll. Ja, hast halt einfach was, was so ein Plagiat erstellt. Ja, cool. Tja, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit, ne? Ja. Ja, denk drüber nach, ist so. Kann man so sagen, ich bin einfach jetzt auch mittlerweile in dem Alter angekommen, ne? Wo, wo man sich so, wo man die Welt nicht mehr versteht. Und dann ist Jod. Also ich, 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 ich bin grad, äh, guck grad wieder so ein bisschen mehr die Space Frogs, ähm, fand ich eine ganze Weile nicht so cool, das haben sie grad wieder ein bisschen ernstere Themen und die haben auch darauf referenziert, dass zum Beispiel gerade Unge, einer der erfolgreichsten YouTuber, halt aktuell und auch schon seit Jahren schlichtweg sein Geld mit Reactions verdient. Der macht kaum anderen Content als Reaction-Videos. Das ist Schrott, also das ist totaler Schrott. Und dann, das, das ist auch so ein Ding, wo ich so sage, muss das sein, also das, das find ich auch nicht gut. Wenn man sich jetzt aber dieses Video da mal anguckt, also erstmal Squid Game ist halt halb, so, gut. Ähm, so ganz billig, muss ich sagen, hat das nicht gemacht, also das Setting ist schon wirklich gut. Und, ähm, aber halt auch, dass man das Squid Game mal so nachspielt oder dass es das in Minecraft gibt und so etwas, ähm, dann, äh, nachgebaut, das sind dann so, oder Roblox gibt das Squid Game ja auch nochmal. Ähm, fair enough und alles ganz cool, aber für mich ist das schon ein anderes und höheres Level, dass da, äh, eben ein YouTuber ist, ähm, der da eben das, die, 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 die Kulisse unfassbar gut nachbaut und auch die Kleidung und so etwas, also, ähm, sich sehr nah an der Serie inhaltlich und, also optisch, Entschuldigung, optisch orientiert, aber auch inhaltlich und dann eben eine halbe Million Dollar da im Raum steht. Genau, aber das war, das war für mich aber der Abtörner da dran. Also, dass es so nah dran ist, dass ich mir eigentlich so denke, okay, es ist jetzt auch nicht mal mehr charmant oder so, ne, dass man so denkt, ach ja, cool, guck mal, mit irgendwie 15 Dollar irgendwie das Ding nachgebaut, so. Sondern es ist dann quasi so, ja, okay, hast halt richtig Kohle in die Hand genommen. Ja. Und da denke ich mir so, ja, also dann ist es so nah dran gewesen, auch am Original, dass ich mir so dachte, ja, warum soll ich das denn jetzt gucken? Ich hab's doch gerade erst gesehen. Dann nimm doch deine Kohle für was eigenes Kreatives. Eben, genau. Wo du dann wahrscheinlich nicht die Klicks, weil, und da sind wir nämlich beim Thema Trittbrettfahrer, ne, weil du hättest dann nämlich nicht die Klicks bekommen wahrscheinlich, wenn die selber was hättest ausdenken müssen. Aber so halt ... Ja, der ist, glaub ich, schon so eine relativ große Nummer, ne. Also, ich glaub, 78 Millionen Abonnenten hat auch nicht jeder. Ja, ja, schon klar. Aber das war jetzt das erste Mal, dass ich zum Beispiel von dem gehört hab. Ja, funktioniert seine Strategie, muss man halt sagen. Ja, ja, aber ich hab, aber es hat mich halt trotzdem nicht abgeholt. Also, ich werd den jetzt nicht abonnieren, so. Ja. Ja. Ähm, versteh ich die Kritik. Ähm, für mich war der Reiz eben daran, dass, äh, Squid Game schlichtweg Fiktion ist. Oder hoffen wir, dass es mal Fiktion ist. Wer weiß, was da so im Underground alles passiert. Ähm, und jetzt im Grunde diese Idee von Squid Game halt in die Realität gezogen wurde. Und dort dann auch nicht eben um 15 Euro oder 1000 gekämpft wird, sondern mit einer halben Million steht da ja auch echt Geld im Raum, wo man so sagt, okay, da, da, da entstehen ähnliche, äh, ähm, bestimmt ähnliche Probleme und ähnliche Denkweisen, wie eben im echten Squid Game. Ähm, dass man einfach so sagt, okay, das mach ich jetzt hier nicht nur einfach so zum Spaß, sondern wenn ich hier jetzt aussteige oder wenn ich verkacke oder so etwas, dann hab ich halt keine halbe Million, so. Ja, aber das ist da nix anderes als jede andere Game Show. Also, ich mein, ich denk da so an die 100.000-Mark-Show mit Ulla Kock am Drink. Oh, oh, die haben ich früher auch sehr gerne geschaut. Ja, ja, eben. Also, das war ja genau das Gleiche, so, ja, okay, halt halt durch, so, ne? Du willst halt 100.000 Mark gewinnen. Aber halbe Million, ja. Ja, das ist auch halbe, also ganz ehrlich, damals, als die 100.000-Mark-Show lief, da war. Das war viel Geld. 100.000 Mark waren damals wirklich so. Damals war das viel Geld. War schon eine halbe Million, so gefühlt. Glaub dem Opa ruhig, das war damals richtig viel Geld. Ja, ja, wirklich. Konnte man zwei Mercedes so ein Haus kaufen, ey. Unser erster Käfer hat 500 Mark gekostet, sowieso. Das war damals viel Geld. Ja, ja, wirklich, ja. Naja. Naja, gut, okay. Okay, ähm, christ mich nicht. Ich hatte sehr viel Spaß dabei und ich verstehe aber die Kritik, tatsächlich. Kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber dann gebe ich es zu, dass ich mal wieder so eine typische, äh, Clickbait-Hure bin, die genau auf sowas reinfällt und sich von so einer halben Stunde Squid Game, äh, Abklatsch, tatsächlich gut unterhalten lassen kann. Hm. So. Ja. Mann, Mann, Mann. Wir verlinken es. Das bist halt du, ne? Ja. Ja, was will man machen? Echt? Radfahren zum Beispiel. Das kann man machen. Ja. Cool. Das mach ich immer gerne. Aha. Ja. Problem ist aber, Winter is coming, wie es so schön heißt. Brace yourself. Damit wird es ja auch immer ein bisschen kälter und, äh, im letzten Jahr habe ich es eigentlich so gehalten, dass ich, äh, wenn es gerade mal so um den Gefrierpunkt war und, äh, es nicht so nach, äh, Schnee oder Eis aussah, habe ich mich tatsächlich draußen aufs Rad gesetzt, aber gerade jetzt so in der laufenden Chemotherapie habe ich mir gedacht, äh, wenn du Radfahren willst, mach das doch besser drin. Und ich habe mir jetzt tatsächlich einen Smart Trainer gekauft. Das ist geil. Was ist das? Also, also quasi wie, wie so ein, ja, wie so ein Heimtrainer, äh, wenn eine Mutti früher hatte, nur mit einem Display. Stell dir vor, wie so ein Heimtrainer, aber ohne den Lenker und ohne den Sattel, sondern einfach quasi dieses magnetische Schwungrad, das die Dinger ja haben, also die ganz billigen Heimtrainer, die haben ja irgendwie so einen Filzaufsatz, den kannst du dann auf den, den kannst du auf das Rad drücken und dadurch wird dann der Widerstand größer, gegen den du antreten musst, aber so ein bisschen schicker ist dann ja schon, dass man so ein Magnetschwungrad da drin hat, das dann magnetischen Widerstand erzeugt wird. Und das habe ich auch und das ist quasi so, dass ich da mein ganz normales Fahrrad drauf packen kann. Das heißt also, auf dem Gerät ist hinten so ein Ritzelset mit meiner Zehnfachgangschaltung quasi drauf. Da nehme ich quasi aus meinem Fahrrad das Hinterrad raus, setze den Rest vom Fahrrad dann auf diesen Smart Trainer und kann da dann tatsächlich richtig cool fahren. Also alles hier mit Apps verbunden und so weiter und so fort. Und gerade heute habe ich das ja gemacht, hatte ich auch getwittert, dass ich in Amsterdam unterwegs gewesen bin. Das heißt also, man kann dann quasi sich mit einer App verbinden über den Fernseher, das dann sich anzeigen lassen, wo man denn gerade rumfährt. Und dann je nachdem, wie es denn bergauf oder bergab geht, wird dann auch der Widerstand vollautomatisch eingestellt. Das ist natürlich ziemlich cool. Für Leute, die es mögen. Aber also ja, es ist wirklich nur so ein Gestell. Genau, richtig. Also quasi das Schwungrad und eine Bluetooth-Schnittstelle, die dafür sorgt, dass dann der Widerstand angepasst wird, je nachdem, was die App denn gerade sagt, wie stark er denn sein soll. Und du klemmst dir dann quasi so ein iPad dann vorne irgendwie an den Lenker oder was? Nö, also es gibt diverse Apps, die kannst du auch direkt mit dem Smart-TV dann verbinden. Und dann habe ich es halt auf dem Fernseher, sehe dann das Video ablaufen und je nachdem, wie schnell ich denn auch trete, läuft das Video dann schneller oder langsamer ab. Also passt sich meiner Geschwindigkeit dann auch an. Und da kann man dann so ein bisschen entspannt trainieren. Hast du dir auch so einen Ventilator hingestellt? Nee, habe ich nicht. Gibt es tatsächlich auch noch. Also zum Teil gibt es noch zwei Gadgets. Einmal wäre das ein Ventilator. Den kannst du dann auch per Bluetooth koppeln. Und dann kannst du entweder sagen, der soll stark pusten, wenn du einen hohen Puls hast. Also the more Puls, the more Wind. Oder du sagst ihm, je schneller ich fahre, desto mehr Wind soll er machen. Also der wird dann auch über die App gesteuert. Und was noch sehr freakig ist, du kannst auch das Vorderrad rausnehmen. Und hast da dann quasi so eine Halterung, so eine Schiene, die dann dein Fahrrad automatisch so ein bisschen hochfährt, wenn du auf eine Steigung zufährst. Oh nein. Scheiße. Wobei, das macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Also die Steigung erzeugt dann ja nicht mehr Widerstand. Ja, der Widerstand, der kommt dann ja weiterhin hinten von dem Smart Trainer. Aber es ist dann mehr so für dieses Gefühl, dass du auch wirklich noch merkst, oh, jetzt fahre ich hier gerade bergan. Gibt es auch für das Vorderrad so ein Ding mit Rumble. Nee. Wenn du über Bürgersteige fährst und so. Ja, ja, eben, genau. Was es noch gibt, das sind, stellst dir vor, wie früher in der Schule beim Sportunterricht gab es doch diese Sprungbretter. Mhm. Und sowas in die Richtung, quasi auch eine Holzplatte auf einer anderen Holzplatte mit Federung, wo du dann diesen Smart Trainer quasi draufstellst und dein Fahrrad. Und damit dann so ein bisschen mehr Kurvenlage hast. Aber das ist alles kiki, was ich eigentlich gar nicht brauche. Stattdessen hast du jetzt da das auf deinem Fernseher. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das eher so Pixelart und so etwas und ein paar Vektorgrafiken? Wahrscheinlich nicht, aber es ist wahrscheinlich jetzt auch kein Livestream. Ist das dann eher so Streetview-mäßig oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also es gibt verschiedene Apps. Einmal so die bekannteste ist sicherlich Zwift. Das ist eine App, wo du wirklich so einen Avatar vor dir hast auf dem Fernseher, der dann wirklich in so einer Vektor-Welt fährt, ähnlich wie bei GTA, nur halt mit dem Fahrrad. Und da ist halt der Vorteil, dass du da mit vielen, vielen anderen Leuten zusammenfahren kannst, was für mich jetzt nicht so wichtig ist. Ich bin eher so real life und ich bin bei der App Kinomap gelandet. Da hast du halt sehr viele Strecken, die andere Radfahrer tatsächlich abgefilmt haben, komplett. Und wo dann auch dann die GPS-Strecke drauf ist und du dann wirklich auf einer Landkarte genau sehen kannst, oh, da hinten kommt eine Kurve. Und in dem Moment, wo du in die Kurve reinfährst, siehst du, fährt auch wirklich das Video um die Kurve. Und wie gesagt, je nachdem, wie schnell du fährst, läuft das Video dann schneller oder langsamer ab. Im Normalfall läuft es immer so in ungefähr der Geschwindigkeit ab. Aber wenn ich jetzt mal sage, Mensch, ich trete jetzt mal hier richtig rein, machen wir jetzt mal richtig hier 40, 50 kmh, dann hast du natürlich dann auch, dass Spaziergänge auf einmal wirklich wie im Zeitraffer durch die Gegend gehen, weil das immer automatisch angepasst wird an die Geschwindigkeit. Na ja, klar. Ich mache gerade Google-Bildersuche. Da gibt es sogar, ja, naheliegend irgendwie, halt Menschen, die sich das dann auch auf einen riesen Beamer werfen und dann natürlich dann vor der Wand dann da stehen. Ja, und das nimmt dann natürlich das Blickfeld ein. Ja, komm, dann kannst du auch deinen Oculus Rift nehmen. Ey, die ist gut. Ja, gibt es tatsächlich auch. Nur da weiß ich immer nicht, man kommt ja doch so ein bisschen arg ins Schwitzen, wie glipschig die denn so aufdauern. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Ja, gut, aber da muss man sich halt eine Brille überlegen, die atmungsaktiv ist. Ja, mal ausprobieren werde ich das sicherlich auch. Das ist so beschlägt, so von innen. Kannst du Regen einstellen oder so. Ja, das kann gut sein. Also die Klamotten, die ich anziehe, die wiegen danach ein paar hundert Gramm mehr, weil da wirklich so viel Schweiß drin ist. Legst du auch wenigstens so ein Handtuch auf den Boden oder läuft das einfach direkt? Ja, da liegt eine richtige Matte hier gegen Vibrationen plus ein Handtuch zum zwischendurch immer mal sich entwässern und so weiter. Ei, ei, ei. Ja, aber macht Bock, vor allem, weil man wirklich auf zig vielen verschiedenen Strecken auf der ganzen Welt fahren kann, sei das Mongolei, sei das Japan, sei das Polen, sei das Südamerika irgendwo. Das ist schon schön, da gibt es einiges zu entdecken. Und am coolsten ist natürlich, wenn man die Strecken abfährt, die man selber schon mal gefahren ist, beispielsweise auf Mallorca so einige Strecken, sehr cool, wenn ich da fahre und denke, ah cool, da bin ich schon mal gewesen. Kann man auch random machen? Kann man auch random machen, so von wegen Überraschungsstrecke? Weiß ich gar nicht. Genau, so Geotastic für Dings, Geotastic für Smart Trainer. Eben, genau, und wo bin ich denn hier? Ich fahre mal in die Richtung. Ja, das geht nicht. Also du hast immer halt vorgefertigte Strecken, das ist klar. Ja, dann kaufe ich das nicht. Für mich wäre das sowieso nichts, weil ich überhaupt nicht befähigt wäre, das Hinterrad irgendwie aus meinem Fahrrad abzubauen und dann auf diesen Smart Trainer draufzubauen. Daran scheitert es schon bei mir. Eieiei, aber irgendwie eine Grafikkarte irgendwo hinlöten, ne? Naja, aber Lampen kann er auch nicht anbringen. Naja, man kann, was man kann, so. Ja, genau. Und eine Frage hatte ich noch, und zwar, woher speist er denn diese Strecken? Also ist das nicht, weil das wäre ja schon cool, wenn das vielleicht so von Google gefüttert wäre oder so, dass man einfach überall die Welt einfach so befahren kann. Ne, das machen alle Nutzer selber. Also ich habe auch schon selber ein, zwei Strecken gemacht. Beispielsweise in Hannover schon Maschsee habe ich umrundet. Habe das auch gleichzeitig gefilmt und habe das dann zusammen mit der GPS-Strecke oder GPS-Strecke dann da hochgeladen. Jetzt können andere Leute von der ganzen Welt einmal um den Hannover schon Maschsee rumfahren. Das ist also komplett von den Benutzern der App gemacht. Ja, interesting. Und da habe ich wieder gemerkt, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin, weil du siehst dann natürlich auch immer, was weiß ich, in wie vielen hundert Metern sich dann die Steigung, die Neigung ein bisschen ändert. Da steht dann, was weiß ich so, nächste Steigung minus drei Prozent in 500 Metern. Da weißt du, oh, da geht es bald bergab. Und da habe ich intuitiv gesagt, das ist meine, wann wird es wieder gut Anzeige. Also nicht, wann wird es wieder schlimm, wann geht es wieder bergauf, sondern für mich ist das immer die, wann wird es wieder gut. Wann hört der Aufstieg auf oder wann geht es wieder bergab. Und das finde ich echt das Witzige, weil normalerweise auf diesem Teil, wenn du halt aufhörst zu treten, ist ja logisch, durch die Trägheit müsste es ja immer langsamer werden, das Schwungrad. Wird es auch, aber wenn du bergab fährst, also in der App irgendwie bergab fährst, steigt trotzdem deine Geschwindigkeit noch weiter an. Finde ich sehr witzig. Was heute mit der Technik alles geht. Boah, mindblowing, Alter. Ja, aber es ist eine coole Idee, muss ich wirklich sagen. Also gerade für dich als passionierten Radfahrer kann ich mir das jetzt gerade für die kalten Wintermonate sehr gut vorstellen, dass das zumindest eine coole Alternative ist. Und gerade eben auch dieses, ja, ich fahre jetzt mal auf Mallorca oder durch Kairo oder sonst was oder Australien, einfach mal so ein bisschen. Kannst du halt dann doch nicht so leicht machen. Und damit, gerade mit diesem Kinomap-Ding, da stelle ich mir das tatsächlich ganz, ganz cool eigentlich vor. Ich werde wahrscheinlich auch häufiger in den Niederlanden unterwegs sein, weil da natürlich wenig Steigungen sind. Habe ich ja heute auch gefahren, so eine kleine Strecke bei Amsterdam. Und das war schon ganz entspannt. Keine Hügel, kein gar nichts, trittst in eins durch. Ja, du hast halt so Speedbumps. Naja, gut. Die sind schon, puh. Die sehe ich im Video, aber die kriege ich ja nicht mit. Siehst du, deswegen Rumble. Ja, siehst du. Dafür ist es da. Was fehlt. Ja, eben, genau. Geil. Ja, nee, aber die Ecke, also ich habe das ja gesehen dann bei Twitter, die Ecke da um die Amstel ist schon echt mega schön, ja. Fahr ich auch immer gerne lang. Da sind auch immer die ganzen so Berufsradrennfahrer oder Rennradfahrer heizen da auch immer so in der Gruppe zu sechst immer dann so lang. Ja, ja, nette Ecke. Ich habe Internet bei mir. Ich habe Internet, endlich mal. Ich glaube, ich hatte euch ja schon mal ein bisschen was erzählt, was meine Internetleitung betrifft, dass ich da so bei Kabel Deutschland zuerst ein Gigabit bestellt habe und dann habe ich es wieder zurückgegeben und so weiter und so fort. Und daraufhin hat mich ja die Telekom angerufen und hat gesagt, ja, Mensch, Digga, du hast VDSL 50, willst nicht VDSL 100? Ja, klar. Ja, aber ich hatte dann da so, dann so ein bisschen mit DLAN, also mit Netzwerk über Strom herumgespielt und irgendwie immer wieder instabil und so weiter und so. Zuletzt wurde es dann richtig langsam, sodass ich so Downloadraten von 8 Mbit oder sowas hatte, wo ich so dachte, okay, du hast 100 Anliegen und dann kommen da irgendwie 8 bei dir an. Das ist jetzt auch irgendwie kacke. Rein von der Physik ist das vollkommen logisch. Also mein Internetzugang und mein PC, die jeweiligen Steckdosen sind halt, wenn man das vom Stromkreis her betrachtet, maximal weit voneinander entfernt. Ja, long story short, ich habe wieder quer durch mein Wohnzimmer ein LAN-Kabel liegen, ein 10 Meter LAN-Kabel und habe jetzt tatsächlich auf den Wunschzettel für die Familie, die immer sich fragt, was kann man denn dem Phil schenken, ein andersfarbiges LAN-Kabel gepackt. Und dann sollen sie mir das schenken und dann renne ich zum nächsten Baumarkt und kaufe mir so kleine Ösen oder Haken und dann werde ich das schön in der Fußleiste verlegen und dann habe ich halt durchgehend an meinem PC hier auch 100 Mbit. Ja, ich gebe auf. Ich gebe auf bei dieser ganzen modernen Technik. Ich mache jetzt das, wo du links ein Kabel reinsteckst, rechts ein Kabel reinsteckst und du hast einfach Internet. Ist sowieso das Beste, ne? Es hilft nichts. Ja, es ist so. Es hilft nichts. Da kannst du mit WLAN kommen, da kannst du mit DLAN kommen, da kannst du irgendwie, weiß ich nicht, am Ende ist es das schnöde, aktuell bei mir noch graue, 10 Meter LAN-Kabel, links in die Fritzbox, rechts in den Rechner. Läuft wie super. Ja, also, ja, eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen, weil, ja, wäre schön, wäre es gelaufen und lange darauf gesetzt und viel Zeit und Schweiß und sowas da rein investiert, aber am Ende will ich dann doch nicht mit 8 oder auch nicht mit 20 oder 30 Mbit rumhampeln am PC, sondern irgendwie schon, wenn ich schon das habe, dann doch mit 100. Ich gebe auf. Ja, vor ähnlichen Problemen stehe ich. Ich habe jetzt seit letzten Samstag hier im Haus Glasfaser mit 500 Mbit. Oh, ho, 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 da fallen her, da fallen her. Der Trouble ist, das ist im Hauswirtschaftsraum und das ist so ungefähr der einzige Platz, wo ich nie sitze und nie Internet brauche und es von da irgendwo anders hinkriegen. Das ist echt eine Last, sage ich dir. Das Problem ist, mein Arbeitszimmer ist quasi auf der mehr oder weniger entgegengesetzten Seite des Hauses und ich kann hier irgendwie nicht kreuz und quer irgendwie so ein LAN-Kabel durchziehen. Jetzt habe ich auch gedacht, versuchst du doch mal dieses Power-LAN. Und ich habe es wirklich so gemacht, wie es denn gemacht werden soll, wirklich so eine Wandsteckdose nehmen und nicht irgendwie dieses DLAN-Modem in eine Mehrfachsteckdose, sondern wirklich direkt in die Steckdose und auch hier oben, wo es rauskommen soll, direkt in die Steckdose. Und ich sage mal, so viele Kabel wie in einem Mehrfamilienhaus haben wir hier nur auch nicht. Also da sollte doch eigentlich ein bisschen was übrig bleiben. Am Ende sind hier oben 70 Mbit angekommen. Das ist ein bisschen wenig, weil übers WLAN kommen hier 200 Mbit an. Also das Ding habe ich gleich einen Tag gleich wieder eingepackt und wird zurückgeschickt, weil das bringt mir nichts. Naja, nur mal gucken. Also nur so Klingeldraht verlegt als Stromleitung. Am falschen Ende gespart. Ja, vermute ich mal. Ja, es zeigt sich. Also Andi zieht tatsächlich echte Kabel. Das ist das Beste, was du machen kannst. Gerade wenn du da 500 Mbit hast. Über so ein normales Kabel, so ein normales LAN-Kabel gehen ja 1000 Mbit oder 1 Gigabit. Das heißt, selbst wenn man da jetzt in irgendeiner Form noch ein bisschen mehr Internetleitung bekommt oder mit, keine Ahnung, in 10 Jahren das vollkommen normal ist, wird wahrscheinlich immer noch das nöde LAN-Kabel echt noch ein gutes Kabel sein. Da muss ich mich kurz mal aufklären. Da habe ich neulich nämlich drüber nachgedacht, Phil. So LAN-Kabel, seit wann gibt es die denn? Weil ich habe das Gefühl, die sind so ein Evergreen. Weil es kommen immer wieder so neue Schnittstellen, so HDMI und das. Und es wird immer so getan, als ob jetzt so, ja, man muss jetzt irgendwie upgraden, weil die alte HDMI-Schnittstelle, die hat nicht so Übertragungsdaten ermöglicht und so. Und bei LAN-Kabeln habe ich das Gefühl, egal was du reinsteckst, kriegst du immer alles mit transportiert. Ja. Also die größten Speicherlasten werden da so einfach so durchgejagt. Also was so ein einzelnes LAN-Kabel abkann, ist echt schon faszinierend. Ja, warum ist das nicht die universelle Schnittstelle für alles? Also da sind ja acht kleine Adern drin und über diese acht kleinen Adern, die sind dann so ein bisschen verdrillt, ach egal. Aber auf jeden Fall kriegst du darüber tatsächlich ein Gigabit Vollduplex. Das heißt, du kriegst in Senden und Empfangen ein Gigabit gleichzeitig darüber. Und das ist halt schon echt krass viel. Und das war halt auch schon vor ... Ist es nicht besser als USB-C oder so? Vor vielen ... Nee, USB-C ist ... Oh, gute Frage. Die USB-C ist schneller, glaube ich. Echt? Ja, ja. USB-C ist zwischenzeitlich schneller geworden. Ach so, na gut. Aber die Sache ist einfach, so ein Kabel in dieser Konfektionierungsart existiert jetzt auch schon seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren oder sowas. Das Einzige, was da verbessert wird, ist halt die sogenannte Schirmung, weil da natürlich, ich sagte gerade, es sind acht kleine Äderchen, die irgendwie ... Da laufen elektrische Signale durch und wer da ein bisschen Physik aufgepasst hat, überall, wo Strom durchläuft, ergibt sich ein kleines Magnetfeld. Und das kann sich gegenseitig stören. Das ist das Einzige, was verbessert wird. Und ansonsten sind diese Dinger, werden halt auch immer wieder günstiger oder kosten heute jetzt auch nicht viel. Das ist lächerlich wenig eigentlich. Ich habe vor kurzem geguckt, zehn Meter LAN-Kabel zahlst du, wenn du es gut kaufst. Gut, dann kaufst du es auch ein Stück günstig, aber irgendwie acht, neun Euro, dann kaufst du es ein bisschen teurer, zahlst du 20 für. Ist immer noch nichts. Aber dann erklär mir eins. Ich habe ja hier bei mir im Haus dieses Wi-Fi 6 Mesh WLAN und habe hier oben auch einen Satelliten stehen und habe da jetzt ein Netzwerkkabel dran, weil der hat auch jeweils zwei Ethernet-Ports an dem Satelliten dran und habe das direkt in meinen Rechner reingemacht. Und ich sitze hier mit dem Smartphone. Mit meinem Smartphone kriege ich hier oben eine Datenrate von 200 Mbit runter und 100 Mbit hoch. Und am Rechner, der ja nur mit dem Kabel mit dem WLAN-Satelliten verbunden ist, kriege ich maximalen Upload von 10 Mbit. How can? Liegt das am Kabel? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube eher, das liegt an WLAN-Satelliten. Da müsste man dann tatsächlich mal gucken, wie dieser WLAN-Satellit läuft. Also WLAN ist da tatsächlich echt so eine Sache. Das Erste ist natürlich, WLAN kannst du nicht greifen. Also du siehst gar nicht, was da vielleicht noch rein stört. Das können ja auch ganz simple Dinge sein, wie, also die Klassiker sind Kühlschränke, Mikrowellen und so etwas. Also da kann er erstmal an sich eine Menge rein stören. Und wenn du da so einen Satelliten hast, der irgendwie Netzwerksignale auffangen soll und dann als Satellit dann in Kabel umsetzen soll, wer weiß, wie gut oder schlecht die Qualität ist, die der da schon erstmal auffällt. Ja, aber mit dem Smartphone, wenn ich direkt vor dem Satelliten sitze, kriege ich ja einen Upload von 100 Mbit. Also das ist ja der. Dann weiß ich es auch nicht. Okay. Cool. Ja, nein, also so spontan wüsste ich es jetzt tatsächlich auch nicht. Aber WLAN, um den Gedanken nochmal abzuschließen, ist halt echt so eine Sache. Und bei WLAN kann es halt auch sein, das ist bei modernen Geräten jetzt nicht so. Aber auch da muss man aufpassen, günstige Geräte können entweder nur senden oder nur empfangen. Das heißt, in so einer Zeiteinheit und sei diese Zeiteinheit nur irgendwie 20 Millisekunden oder 5 Millisekunden oder sowas, kann dann halt nur gesendet oder nur empfangen werden. So, und das schlägt sich natürlich dann auch auf die Datenübertragung aus, wenn irgendwie eine gewisse Menge Daten halt nur in einem bestimmten Zeitfenster übertragen werden kann. Und dann ist halt erstmal kurzer Aussetzer wieder, weil dann in dem Moment eben die Gegenrichtung belegt, also die Leitung belegt. Und das sind dann natürlich Dinge, die dann sich natürlich irgendwann auf die Datenrate niederschlagen. Aber das scheint ja bei dir nicht der Fall zu sein. Von daher so ad hoc weiß ich es nicht. Naja, ich habe mir jetzt auf alle Fälle erstmal einen WLAN-Stick für meinen Rechner gekauft, damit ich mit dem dann auch den gleichen Upload habe. Und mit dem funktioniert das dann, ja? Will ich schwer hoffen, weil sonst drehe ich hier echt am Ratsweise. Das wäre tatsächlich nochmal interessant. Dann hast du hier sonst 500 Mbit anliegen und kriegst hier oben nur einen Upload von 10. Ja. Also ein 25. von dem, was du eigentlich haben solltest. Das wäre nicht so schön. Es kann natürlich an den Netzwerkschnittstellen liegen, fällt mir gerade so ein. Dass die Netzwerkschnittstellen in deinem Satelliten irgendwie, warum auch immer, nicht auf Gigabit laufen. Ja gut, wie wäre es mit dem nächsten Thema? Genau, Technik, du hast recht. Ey, wir machen nochmal eine separate Dings auf. Du hast vollkommen recht. So, nächstes Thema wären Filme. Ach, echt schon? Hä? Filme? Filmpodcast. Na gut. Ja gut, dann ... Ja, hier, wenn du sofort preschst, dann leg los. Ja, komm, jetzt lösen wir mal. Ja, nicht nur provozieren. Ich habe Pick gesehen. Ja gut, kommen wir zum nächsten Film. Ja, du hast ja gesehen, Andi hat noch nicht gesehen. Nee. Nicolas Cage. Nicolas Cage, genau. Äh, ein Film, warte, jetzt muss ich kurz IMDb nochmal aufrufen, natürlich. Ab Hübeln aber nicht vorbereitet sein. Komplett überrannt, Film. Passt zur Sendung. Komplett überrannt. Ja, also Regie geführt ein gewisser Herr namens Michael Zanowski. Ist ein Erstlingswerk, dieser Film, Pick. Ja, muss ich nicht nochmal alles erklären. Handelt halt von Nicolas Cage, der ist Trüffel, Farmer, Bauer. Wie auch immer, Trüffelsammler. Äh, verkauft die an so Zwischenhändler, die Restaurants irgendwie, ähm, ja, betreiben. Und der hat ein Trüffelschwein und das wird ihm geklaut und da dreht er richtig durch. Macht er einen John Fick, macht er dann. Genau. Nee, macht er eigentlich nicht. Und das ist, das ist sozusagen die besondere Qualität dieses Films, dass der Film nicht das macht, was man erwartet. Weil Nicolas Cage ist da sozusagen drin besetzt und man erwartet, dass er dann irgendwann durchdreht und so, weißt du, mit so Blut überströmten Gesicht dann irgendwie wie ein Anbrot so, wo ist mein Schwein? Ja, das passiert aber genau nicht in dem Film. Ähm, sondern der Film fokussiert sich eigentlich immer auf Empathie als Lösung, als Gewalt als Lösung, was sehr schön und sehr erfrischend ist. Insgesamt muss ich sagen, wenn man jetzt diesen Hype mal rausrechnet, der, der, der diesem Film gerade zuteil wird, mit irgendwie so, ähm, ja, Nicolas Cage so gut, so krass und überhaupt, dann ist es halt am Ende irgendwie ein ganz okayer Film. Also der ist jetzt nicht irgendwie das Meisterwerk, das gerade alle irgendwie versuchen, da so hinzustilisieren, sondern der ist gut, also der ist überhaupt nicht schlecht oder irgendwas, ähm, aber der ist jetzt auch nicht so, dass ich mir so denke, oh ja, krass, hat man, hat man noch nicht gesehen, Nicolas Cage, ey, am Schauspielen, Wahnsinn. Ähm, und man muss auch dazu, ja, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, man muss auch dazu sagen, ähm, Nicolas Cage ist halt so gut in dem Film, weil er auch eigentlich die meiste Zeit über gar nicht spricht. Ja, nee, also weil er hockt da so und so, hm, ja, hm, ja, wo ist mein Schwein, hm, also es ist schon relativ, relativ wortkarg insgesamt, ähm, und es ist jetzt auch nicht irgendwie die Mega-Performance, so, ähm, ja, nichtsdestotrotz hat der Film auf jeden Fall ein paar sehr interessante Momente, ich fand ihn aber so tonal irgendwie ein bisschen unausgeglichen, also, da gibt's diese eine Szene, wo er in so einen, so einen Underground-Fight-Club geht, um da irgendeine Info zu bekommen, und da dachte ich, also, nachdem die Szene vorbei war, dachte ich so, hä, warum war das in diesem Film? Das hat so gar nicht, das hat für mich überhaupt nicht reingepasst irgendwie, also es war sehr, sehr seltsam, aber naja, ja, was wolltest du sagen? Ja, ich, 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 äh, war jetzt tatsächlich, äh, interessiert in deiner Meinung, ob du meinst, dass er tatsächlich schauspielt, äh, weil er ja auch recht zugewachsen ist und so etwas, der gute Nicolas Cage. Ja, natürlich schauspielert der, so, ne, also, ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie nichts macht, so, und aber so, ich bin Nicolas Cage, was mach ich hier, ist das ein Film? Ja, so, ja, so, natürlich schauspielert der, aber es ist jetzt nicht so irgendwie, weil diese Performance, es wird immer so getan, als wäre das irgendwie so eine Performance, wie man sie noch nie gesehen hätte, und, äh, sehe ich halt nicht, vor allem ist es für mich auch kein Comeback, also, was, was, äh, wo ich mich immer erinnert gefühlt hab bei dem Film so ein bisschen, nur der Film hat's dann einfach besser gemacht, äh, war The Wrestler, weil bei The Wrestler hast du halt ne, 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 ein Setting, ja, das ist halt die Wrestling-Szene, in dem Fall ist es halt die Restaurant-Szene in Portland, in der der Film spielt, und du hast halt einen Schauspieler, der lange nichts mehr zu sehen war, so ne Ikone der 80er eigentlich, dann weg war, und dann auf einmal wiederkommt, quasi richtig hässlich, so quasi modemäßig, und dann auf einmal richtig krass Schauspielert, wo er ja nie als großer Schauspieler gegolten hat, also ich rede jetzt von Mickey Rourke, ne, ähm, und, und, und was dann wirklich als so ein Comeback empfunden werden konnte, vor allem, weil The Wrestler ja irgendwie auch insgeheim von Mickey Rourkes Leben handelt, und das ist bei PK halt einfach nicht der Fall, Nicolas Cage war halt allgegenwärtig die letzten Jahre, jetzt ist es endlich mal ne Rolle, die ein bisschen anders ist, als der ganze Ramsch, den er zuletzt so gemacht hat, und alle rasten aus, und ich hab mir so, ja, also, ja, also, er macht's schon gut, keine Frage, und er ist auch die richtige Besetzung dafür, aber lass jetzt auch mal die Kirche im Dorf, also, es ist jetzt nicht irgendwie die Überrolle. Also, ich empfand ja da, ähm, einen Trance-Zustand schon fast, dieser Film nimmt einen so mit irgendwie mit dieser, tatsächlich, dieser maximalen Ruhe, und diesen verschiedenen Settings, und dann hast du dort Nicolas Cage, der in seiner Figur einfach in sich ruht, und einfach da tatsächlich so, so ein bisschen rummummelt, und irgendwie so sagt, ja, bist du jetzt glücklich, und ist das jetzt tatsächlich dein, äh, dein, dein, dein Wunsch, und so etwas, und, äh, auch, auch nachgiebig, und so etwas, also, irgendwie so Eigenschaften, die vielleicht in der heutigen Gesellschaft fehlen, und das hat mich tatsächlich in diesem Film so mitgenommen, dieses Positive, wobei es war, ist jetzt ja auch nichts Überbordendes, dass er da irgendwie Good Vibes verstrahlt, aber es ist einfach so, dieses in sich ruhen, und diese absolute mentale Stabilität, genau, Empathie, das ist, das hat mich mitgenommen, und eingenommen, auch, im positivsten Sinne, eingenommen. Ja, schon, aber, aber dafür war der Film dann am Ende irgendwie nicht gut genug, weil, ich hatte so dieses Gefühl, nee, ich hatte auch sehr hohe Erwartungen, muss ich natürlich sagen, Ja, gut, klar, ja. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Filmemacher, also, er macht es schon sehr gut, und es ist auch irgendwie auch mal interessant, jetzt zu sagen, okay, das ist mein Thema, also, weil der Film, der Film handelt auch eigentlich von nichts anderes, geht wirklich um dieses Trüffelschwein, also, Nicolas Cage geht los, und sucht seinen Trüffelschmein, also, da ist jetzt nicht irgendwie, irgendwie die, also, schon irgendwie eine tiefere Ebene und so, aber es ist jetzt nicht, dass der Film irgendwie eine Metapher für irgendwas ist, sondern es geht wirklich darum, ne, er geht los, sucht seinen Trüffelschwein, und, ähm, ja, da war es mir dann irgendwie so, von der Machart war der Film so, da gab es so ein paar Szenen, wo ich so dachte, was soll das denn mit dieser scheiß Shaky Cam jetzt? Also, die Kamera wackelt in manchen Einstellungen so hart, wo ich mir so denke, boah, also, wie der Regisseur gerade versucht, das Ganze so Indie aussehen zu lassen, wo ich mir so denke, nee, weißt du was, also, das hätte jetzt genauso gut funktioniert, wenn ihr einfach das Stativ benutzt hättet. Also, das wirkt dann so wie so drüber gestülpt, so von wegen, oh, nee, wir sind jetzt mega Indie, so, das ist jetzt hier alles Wackelkamera. Aber in manchen Szenen ist es wirklich so, wie ich so denke, sag mal, geht's dem Kameramann gut? Das war wirklich so wackelig manchmal. Wo ich so dachte, okay, das passt hier gerade überhaupt nicht in die Szene, was soll das denn? Also, es waren so Sachen einfach in der Machart. Ja, und dann hatte ich auch das Gefühl, dass das Drehbuch durchaus nochmal einen zweiten, nochmal so einen letzten Schliff auch nochmal gebraucht hätte, um wirklich das zu einem hervorragenden Film zu machen. Insgesamt ist er gut, also, ich hab ihm jetzt sieben von zehn gegeben. Na, okay. Auf der IMDB hat er halt 6,9 von zehn. Also, jetzt auch nicht mega gut, so. Meinst du, der Film ist an deinen Erwartungen gescheitert? Nee, ich glaube, ich hab den so bewertet, wie er ist. Okay. Ja, nee, also ... Ich nehme das mal sehen. Also, ich sag mal so, ich hatte schon hohe Erwartungen an den Film, keine Frage. Er ist jetzt, also, er ist halt nicht dieser Geniestreich, wie ihn manche hochstilisieren, so. Ist das jetzt gescheitert? Nee, es ist immer noch ein guter Film, so. Aber er ist halt nicht jetzt irgendwie, oi, krass, Nicolas Cage, unfassbar. Noch nie gesehen so was. Nö, da habe ich zu stimmen, ja. Aber ein paar Ideen in dem Film sind ganz nett. Also, ich fand diesen Sidekick-Charakter, den er hat. Ja, großartig. Also, dieser Zwischenhändler, der in seinem Musclecar durch die Gegend fährt. Und so ein Typ ist ... Also, ich hab da immer Shia LaBeouf irgendwie gesehen. Der dann, obwohl man den Schauspieler auch kennt aus irgendwas, ich weiß nicht, Game of Thrones oder irgendwas anderem. Ähm, und, äh, und ich find das dann witzig, wie er dann so durch die Gegend fährt und dann immer so klassische Musik hört. Aber das ist dann immer so klassische Musik, so Popmusik, also klassische Popmusik quasi. Also, so Sachen, die man kennt aus der klassischen Musik. Die dann immer begleitet werden mit so einer Erklärung, warum das jetzt gute Musik ist. Und dann hab ich mir so, ah, das ist irgendwie so clever gemacht mit diesem Charakter, wie er versucht, jemand zu sein, der er nicht ist. weil er meint, das gehört sich so und so. Also, das waren so ... In der Charakterentwicklung waren schon sehr viele, sehr gute Sachen drin in dem Film, keine Frage. Und insgesamt auch ein paar gute Ideen. Aber jetzt halt kein Überfilm so insgesamt. Also, ja, kann mich nur wiederholen. 7 von 10. Ist gut, 7 von 10, genau. 3,5 von 5 passt. Nehmen wir mal hin. Genau, pick. Okay. Und die ... Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich hab nicht wirklich viele Sachen gesehen, über die ich mich traue, zu sprechen. Da wäre höchstens noch The Morning Show, die zweite Staffel. Ich glaub, in der letzten Folge hab ich erst mal über die erste noch mal so rüber geschwärmt und kann auch wieder für die zweite sagen, die ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig. Und die nimmt jetzt auch nicht so unbedingt nur das Thema MeToo aufs Korn, sondern geht auch ein bisschen weiter. Aber grundsätzlich auch wieder eine sehr geile Show, die auch so ein bisschen davon überschattet wird, dass Corona gerade vor der Tür steht. Auch so ein bisschen damit spielt, dass einer von den Reportern dann in China feststeckt, weil er wegen Corona die ganze Stadt zugemacht wird und so weiter, pipapo. Aber es kommt noch sehr, sehr wenig vor. Also in der ersten Folge, da dreut es so ein bisschen am Horizont, dass man merkt, oh, hier kommt irgendwie was. Da sieht man die leeren Straßen überall. Dann gibt es aber wieder so einen Zeitsprung zurück. Wir sind wieder kurz vor Corona und man kriegt dann so mit, ach ja, hier der erste Fall in den USA. Inzwischen zwei Tote in den USA. Oh, nicht, dass da ein richtig großes Ding draus wird. Und man sitzt da und denkt sich dann, wie momentan, glaube ich, bei so ziemlich vielen Sachen, ach Gott, ja, wenn ihr wüsstet. Also sozusagen einfach direkt bei der Veröffentlichung direkt schon obsolet und veraltet. Ja, so ungefähr. Interessant. Corona kommt noch nicht so ganz hundertprozentig wirklich viel drin vor. Also die Corona-Pandemie ist noch nicht so wirklich großartig da. Es geht auch wieder mehr so um dieses ganze Treiben rund um die Morningshow. Wer wird Moderator? Wer wird Nachfolger? Und auch so ein bisschen aber noch so ein Rückspiel auf dieses MeToo. Wir erinnern uns, dass der Moderator ja wegen sexueller Belästigung gefeuert wurde. Und den verfolgt man jetzt auch so ein bisschen, gerade so bei seinen zaghaften Versuchen, wieder eine Partnerin zu kriegen. beziehungsweise er will gar nicht. Er sieht sich jetzt für immer gebranntmarkt und muss erst mal damit klarkommen, dass da jetzt auf einmal eine Frau vielleicht ist, die ihn ja vielleicht trotz allem ganz nett findet. Und das, fand ich, hat dem Ganzen jetzt auch wieder noch so einen Spin gegeben, über den man sich so eigentlich gar keine Gedanken drüber macht. Was weiß ich hier, wie wird es denn Harvey Weinstein denn irgendwann mal gehen, wenn er aus dem Knast wieder raus ist? Und wenn dann vielleicht tatsächlich eine Frau ist, die sagt, Mensch, du, ich finde dich ganz nett, wird er das dann glauben können? Ja, aber Harvey Weinstein ja sozusagen erwiesenermaßen quasi sich da was hat zu Schulden kommen lassen. Ich denke immer an so Leute wie so Jörg Kachelmann zum Beispiel. Ja, genau, zum Beispiel sowas. Das wäre, glaube ich, das bessere Beispiel. Weil hier ging es ja auch nicht darum, dass er wirklich vergewaltigt hätte, sondern er war sich einfach, also es wird auch ziemlich klar, dass er sich einfach dessen nicht bewusst war, dass manche Frauen mit ihm nur ins Bett gestiegen sind, weil sie ihrer Karriere was Gutes tun wollten. Und es gibt dann auch so Szenen, wo ihm das so klar wird. Und von wegen, ich möchte jetzt ein anderer Mensch sein. Ich möchte mir dessen jetzt bewusst werden. Und das rundet dann gerade auch dieses MeToo doch noch mal ab, obwohl es halt nicht mehr ganz so im Mittelpunkt steht, wie gesagt. Aber die Sache mit der Corona-Pandemie, also ich meine, sie wird schon angesprochen, oder wie? Genau. Weil ich meine, man kann das ja der Show nicht vorwerfen, dass sie nicht davon handelt. Weil ich meine, Peg handelt auch nicht davon. Nee, aber es ist halt ein bisschen komisch. Du siehst in der allerersten Folge wirklich dann den Times Square ohne Leute und ganz viele Bilder so von wegen, hier alles ausgestorben wegen Corona. Dann gibt es halt diesen Zeitsprung zurück. Und du denkst dir, ja, irgendwie Corona kommt jetzt hier, aber irgendwie so gigantisch gar nicht großartig vor. So in den letzten Folgen ist es dann so, dass eine Moderatorin dann doch an Corona erkrankt und daraus dann auch einen Teil von der Show macht. Das dann schon. Aber ich sag mal, dafür, dass man so diesen Ansatz hat von wegen, oh hier, Corona und jetzt kommt was, dafür kommt dann irgendwie doch ein bisschen sehr wenig. Also hätte ich jetzt gedacht, wenn das so diese Corona-Staffel wird, die auch mit diesen Corona-Bildern eingeläutet wird, hätte ich gedacht, da kommt dann ein bisschen mehr Corona vor, wie sich das eben auch so auf so einen Produktionsprozess auswirkt. Aber ansonsten weiterhin sehr sehenswert. The Morning Show, zweite Staffel. Läuft wo? Bei Apple TV+. Bei Apple TV+. Apple TV+. Right. Darf ich übrigens ganz kurz mal einen, noch mal kurz reingrätschen? Mach mal. Mit einem Ding, das ist jetzt auch nicht mal Speedrun. Aber ich hab neulich, weil so verschiedene Streaming ging und so, ich hab neulich auf Disney+, weil, also ich bin hier eingeloggt auf einem Disney-Plus-Account von wem anders. Und bei Disney-Plus ist es so, da, wo du halt bist, da ist halt dein Account so. Das heißt, in dem Fall jetzt Niederlande. Und da gibt's ne Show nicht, die ich aber voll gern gucken wollte. Und jetzt, als ich in Deutschland war zuletzt, hab ich mir einfach alle Folgen aufs Handy geladen und guckte jetzt sozusagen nach und nach ab. Nämlich die Dinos. Oh, tatsächlich jetzt diese Serie aus den 90ern mit Animatronics und so etwas. Oder auch Menschen, die da drin sind, glaube ich. Ja, ja, genau. Und nicht die Mama und so was. Genau, von Jim Henson, genau. Ja, genau. Weil ich, also krasser Kindheits-Flashback, ne? Und witzigerweise, weil ich dachte so, okay, ich würd die voll gern jetzt noch mal gucken, einfach um zu sehen, okay, ist die jetzt richtig gut gealtert oder ist die richtig scheiße gealtert? Weil, also beide Möglichkeiten sind drin. Und ich find, sie ist eigentlich relativ gut gealtert. Vor allem, weil die Folgen wirklich ... Also, zum einen war ich erstaunt, an wie viele Folgen ich mich dann tatsächlich noch erinnern kann. Also, bisher alle Folgen, die ich gesehen hab, hab ich so, ach ja, das ist die Folge mit dem Thema und das ist die Folge mit dem Thema und so. Und sie sind aber erstaunlich, genau so, wie ich mich daran erinnert hab. Also, es ist nicht so von wegen, dass ich so denke, ach, cringe, okay, das ist jetzt irgendwie schlecht oder so. Sondern es ist genau so, wie ich's damals so als Kind wahrgenommen hab, wie sich diese Show so angefühlt hat. Und find's eigentlich grad relativ unterhaltsam wieder. Und man muss sagen, ach ja, eine Sache. Das Dubbing in der Serie ist so unfassbar gut. Also, wirklich, ich hab's ja jetzt zum ersten Mal auf Englisch gesehen und die Stimmen klingen einfach original wie die gleichen Stimmen. Also, sie haben's so unfassbar gut besetzt auf Deutsch. Also, jetzt nicht jeder Charakter, aber so die Hauptcharaktere, die Stimmen klingen auf Deutsch genau wie die Originalstimmen. Das ist echt krass. Also, hab ich, glaub ich, bei keiner Serie noch so nah dran gesehen. Ich hab auch mitbekommen, dass auch das Übersetzen sozusagen recht gut gelungen ist. Also, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Aber dass die Dinos auch tatsächlich ein gutes deutsches Skript haben, wo dann eben die Wortwitze und so etwas dann kreativ, wie im Grunde teilweise eben auch bei, ich glaub, bei den Simpsons ist es, die ja auch dafür bekannt sind, dass sie recht gut das alles übersetzen oder zumindest die alten Episoden das ganz gut hinbekommen haben, dass das bei den Dinos auch so sei. Und das hat meine Neugierde auch noch mal so ein bisschen genährt. Du hast jetzt das tatsächlich mir wieder so ein bisschen nach vorne gekramt. Ich hab ja immer so gesagt, das wolltest du dir mal wieder angucken. Pack das mal auf deine Watchlist. Ja, ja. Pile of shame, ja. Ja, nee, aber da hätte ich Bock drauf. Ja. Ah, nein. Ja, mach das mal. Also, ist nicht schlecht. Also, die ersten paar Folgen sind ein bisschen, ja, muss man erst mal reinkommen, aber danach hat man so seinen Groove gefunden. Was ich interessant fand eben war auch, dass man den ersten vier Folgen oder fünf Folgen ansieht, dass sie auch so an einem Stück produziert wurden. Weil ab der fünften Folge sieht das Licht anders aus. Also, ab der fünften Folge ist diese Show einfach anders ausgeleuchtet. Wahrscheinlich, weil das Publikum so, mh, ja, sieht ein bisschen düster aus, weiß nicht, ist gruselig und so. Und auf einmal ab der fünften Folge sehen die Folgen so ein bisschen anders aus als davor. Also, so eine Kleinigkeit. Mir ist das häufiger schon mal aufgefallen bei irgendwelchen Serien, wenn man die guckt. Also, die ersten ein, zwei Folgen, die haben keinen Vorspann. Und dann ab der dritten gibt es dann irgendwie einen Vorspann. Das finde ich immer sehr witzig. Ja, weil das dann häufig der Pilot war, ne? Ja. Mit dem man das dann pitcht. Und, ja, erst wenn es dann in Serie geht, gibt es dann einen Vorspann, ja. Ja, also ganz, ähm, ganz spannend, diese kleine Zeitreise zurück zu den Dinos. Eine witzige Serie, ja. Jetzt bin ich aber ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen gespannt, Andi. Du hast da jetzt gerade noch, also, vor dem Einwurf und vor der Besprechung von The Morning Show, hast du gesagt, naja, ich hab da jetzt ja nicht so viel, wo ich gerne drüber sprechen würde. Ja, Digga, damit machst du natürlich das Tor weit auf. Ja, wo hast du denn gesagt? Ja, eben, noch schnell, schnell Jukose leer geguckt. Ja, wir sind alle ja mal Thema X-Hamster. Ich wollte gerade sagen, welch ich bin, X-Hamster hast du gesehen hier. Nee, ja, es ist ja so, dass meine zukünftige Gattin ja auch immer gerne mal so was zur Entspannung guckt. Und das ist dann auch manchmal nur so plätschertig vor der Richtung. Ist noch zu früh, Micha, ist noch zu früh. Super Start. Und das ist dann, ne, auch vielleicht jetzt nicht so das Anspruchsvollste. Und ab und an komm ich dann dazu und dann guck ich halt auch ein bisschen mit. Und jetzt hatten wir da eine Sendung, da dachte ich mir auch, ja, war irgendwie grad Staffelfinale. Und ach komm, gibt's da noch eine Staffel? Komm, eine Staffel guck ich mal mit. Ja, und dann haben wir zusammen eine Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick zusammengeguckt. Und ich schiebe es einfach mal darauf, dass wir jetzt auch kurz vor der Hochzeit stehen. Und gesoffen haben. Und man einfach so ein bisschen in Stimmung für kommt. Ja, okay. Die Serie ist bekannt. Nee, nee, nicht, muss ich sagen. Nicht? Ist das so eine Mediathekserie? Das ist so ein Sozialexperiment. Und zwar melden sich da Singles, werden da von Psychologen in Workshops kennengelernt. Die machen dann so diverse Tests und gucken, wer wie gut mit wem zusammenpassen würde. Und dann losen sie halt quasi Paare aus, wo sie denken, oh Mensch, die beiden würden gut zusammenpassen. Was weiß ich, der eine ist mehr aktiv und der andere braucht ein bisschen mehr Zeit. Und die würden sich super toll ergänzen. Die wären ein tolles Paar. Ja, und dann treffen die sich auf dem Standesamt und geben sich dann da das Ja-Wort. Und dann wird dann geguckt, wie sie sich dann so die ersten Wochen in den Flitterwochen und so weiter denn als Paar schlagen. Eigentlich ja ganz witzig. Also, ich habe mal Hochzeit auf den ersten Blick gegoogelt. Und du hast ja bei Google immer so rechts eine Informationsbox. Und da steht drin, im Sat.1 Sozialexperiment werden jeweils zwei Singles in einem ausgeklügelten Prozess von und tatsächlich, literally, drei, in Anführungszeichen, Experten gematcht. Ja, also, Sat.1 Sozialexperiment, ausgeklügelter Prozess, Experten. Das hört sich tatsächlich ein bisschen bremscham an. Machst du noch Algorithmus reinwerfen. Also, es ist auf alle Fälle nicht so niveaulos wie Frauentausch. Das muss man auf alle Fälle sagen. Sondern du hast hier wirklich dann Paare, die sich gar nicht vorher gesehen haben und auf dem Standesamt sich dann angucken und sich überlegen, lasse ich mich da jetzt drauf ein und sage ich ja oder sage ich halt nicht ja. Also, die haben auch die Möglichkeit tatsächlich da dann noch zu sagen, nee, möchte ich nicht. Kommt aber natürlich nicht vor. Und dann siehst du halt quasi, ja, wie die ihren Alltag zusammen managen. Und das ist jetzt nicht so, wie man das hier von Schwiegertochter gesucht und so weiter kennt, wo es dann nur darum geht, irgendwie Peinlichkeiten zu zeigen. Sondern hier ist es dann so wirklich so Alltagssituationen und, ne, wo läuft's denn mal gut? Wo kommt man sich denn näher? Wo kriselt's auch mal? Wo merkt man, dass man irgendwie gar nicht zusammenpasst? Und das ist dann schon ganz spannend, so auf diesem doch etwas besseren Niveau, sage ich mal so, zu gucken, ah, irgendwie passen die ja gar nicht zusammen. Oder, ah, guck mal, jetzt haben sie hier einen schönen Moment. Also, es ist nicht so dieses, äh, dran laben, dass da irgendwelche peinlichen Singles sind, die sonst keinen abkriegen, sondern das sind alles durchweg ganz stinknormale Menschen. Also auch keine, wo man denkt, oh Gott, den musste schon jemanden auf den Bauch binden, damit die irgendwie verheiratet werden, sondern, ne, so ganz alltägliche Leute, die sich halt auf so ein Experiment da einlassen. Und man muss dazu sagen, die Staffel, die wir geguckt haben, da gab es sechs Paare. Und nach der Probezeit haben dann zwei gesagt, sie wollen die Scheidung, in Klammern, die müssen sie dann allerdings selber bezahlen. Und vier Paare sind immer noch glücklich verheiratet. Wann war denn das Review? Also, mit wie viel Abstand? Halbes Jahr, ganzes Jahr? Ne, das muss länger sein. Also, jetzt sind sie bei Staffel acht und wir haben die Staffel sechs geguckt. Also, die sind mindestens schon seit über zwei Jahren zusammen. Naja, okay. Wo ich dann denke, und die einen kriegen auch gerade ihr erstes Kind. Da ist Michi ja auch immer dann gut informiert und macht sich dann mal ein paar Überblicke, was denn da noch so im Nachhinein passiert ist. Hat mich da auf den Stand gebracht. Also, von daher. Okay. Aber es ist jetzt vielleicht nichts, was hier in Nerd Talk als Film-Podcast reinpassen würde. Na, wir sind offen für alles. Ja, du hast jetzt Hochzeit und Liebe angesprochen und du hast vorhin auch Corona angesprochen. Und bester Moment für Bad Luck Banging or Loony Porn. Oh. Ja, what the hell. What the hell. Ein Film, den ich geguckt habe. Oh, Wunder, sonst würde ich nicht darüber sprechen. Es ist, um das mal ein bisschen einzuordnen, der Gewinner des Goldenen Bären der Berlinale diesen Jahres. Ein goldener Bär. Oh, weia. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, also, das ist tatsächlich so, mal so die Einordnung. Ist also, damit hat man im Grunde schon mal die Einordnung, ist ein, in Anführungsstrichen, qualitativer Film. Ist jetzt aber auch nicht so ein klassischer Mainstream-Film. Der Film ist eine rumänische Produktion und, ja, startet unvermittelt, also wirklich mit der ersten Sekunde, mit tatsächlich einem, mit einer Privataufnahme eines Pornos. Du siehst ein Paar, die sich einfach beim Sexfilmen, beim Aufgeilen, beim Onanieren filmen und da sich gegenseitig halt auch schmutzige Sprüche an den Kopf werfen, um sich gegenseitig aufzugeilen. Und, ja, passiert, was heißt passiert, aber ist ja tatsächlich dann auch so, dass Paare da tatsächlich dann auch Spaß dran haben und das im Nachhinein sich anschauen. Und blöd ist es natürlich, wenn, auf welche Wege auch immer, das dann an die Öffentlichkeit kommt. Und das ist tatsächlich in Bad Luck Banging oder Loony Porn passiert. Und die Frau, die im Porno zu sehen ist, die Amy, die ist Lehrerin an einer Schule. Und, ähm, natürlich werden diese, äh, Videos ganz schnell über WhatsApp auch auf dem Schulhof geteilt. Und, ähm, das ist so quasi der Aufhänger des, äh, Films. Ähm, eigentlich zeigt der Film aber etwas ganz anderes, weil er das quasi als Aufhänger nimmt, eben die, ja, ein Stück weit die rumänische Kultur und die Gesellschaft, aber ich finde auch die gesamte aktuelle Gesellschaft zu porträtieren und, äh, ja, fast wie so mit so einem Brennglas sozusagen auch zu fokussieren. Der Film wurde 2020, 2021 gedreht, also 2020, zwangsläufig, 2021 wurde ausgezeichnet, egal. Ähm, voll in Corona-Zeit, alle haben Masken auf. Das war auch mein erster Film, der wirklich so ganz aktiv auch mit Corona arbeitet. Ähm, und man sieht halt, der Film ist so dreigeteilt. Ähm, der erste Teil ist halt einfach, dass du Amy bei ihrem Alltag verfolgst und sie dann da eben auf teilweise unverständliche, missverständliche Leute trifft, teilweise auf Neureiche, die sie wild und wüst beschimpfen und natürlich auch immer wieder so auf ganz krude, komische Blicke, äh, wo du selber als Zuschauer nicht weißt, okay, haben die sie jetzt im, in WhatsApp, im Video gesehen oder nicht? Und dann gibt es einen relativ harten Cut und man sieht knapp 20 Minuten, halbe Stunde so Begriffe, die da einfach nur erläutert werden. Und das alles so im rumänischen Kontext, dann wird da zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, so, äh, Verbindlichkeit eingeblendet und soll dann definiert werden. Und was in diesem, ich nenne es mal Kapitel immer wieder passiert, ist dann, dass dann, ähm, zwar, dass dann dort eine Geschichte aus der rumänischen Welt erzählt wird, oder so ein Ansatz, womit im Grunde mit diesem Wort immer wieder gebrochen wird. Verbindlichkeit verbindest ja Vertrauen mit und, und, und so etwas. Und dann wird dann eine ganz, in zwei Sätzen eine ganz kurze Geschichte aufgezeigt, ja, äh, in, ähm, der rumänische Bla hat Verbindlichkeit versprochen und, äh, keine Ahnung, ist gestorben oder so irgendwas passiert ist. Was dann dir halt auch immer nochmal so Dämpfer gibt und so. Und, ähm, wie ich finde auch tatsächlich dann immer wieder auch so dir vor Augen hält, dass heutzutage alles nur Worte und Worthülsen sind. Und man im Grunde nur sich so sagen oder dann Vertrauen reinhaben kann in bestimmte Worte und Interpretationen, aber was dann gemeint ist, kann was ganz anderes sein. Und das dritte, äh, das dritte Kapitel handelt von einem Tribunal, wo dann die Emi vor Eltern treten muss, die wirklich gesellschaftlich komplett durcheinander gemixt sind. Da ist ein Homosexueller dazwischen, da ist ein Militär dazwischen, da ist eine sehr konservative Mutter dazwischen und die, äh, nehmen dann quasi Emi da auch total undifferenziert ins Kreuzverhör, weil jeder irgendwie meint, seine Meinung nach vorne pushen zu müssen. Und auch das ist wieder so ein sehr schönes, absurdes, also es ist wirklich schon eine absurde Komödie, wieder alle ihre Meinung da vorwerfen und ihr Worte im Munde verdrehen. Im Hintergrund fängt auf einmal eine Reinigungskraft an zu reinigen, weil morgen kommt irgendwie der Prüfer und, und, äh, der Schwule und dann muss ja alles sauber sein. Du denkst so, Alter, da ist eine Frau, die gerade irgendwie, der ist mega peinlich ist, dass da gerade, äh, 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 dass ihr Sexvideo online ist und das ist aber so unwichtig, dass da im Hintergrund geputzt werden kann. Also, es ist ganz schwer, diesen Film zu greifen, ihr merkt das vermutlich schon. Ja, vor allem auch, also, ähm. Du redest wirr. Ja, 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 so kann man sagen, aber ich denke mir auch, dieser Titel, also, also, äh, äh, es kann ja nichts werden, oder? Also, Bad Luck, Banging or Loony Porn. Was soll das heißen überhaupt? Ja, äh, 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 äh. Ach so. Okay, was hast du dir dabei gedacht? Ja. Also, sagen wir es mal so, ich habe diesen Film angemacht, natürlich aufgrund des Titels, also Clickbait und so, wusste aber auch schon, dass das halt ein Berlinale-Film ist, ähm, und so gedacht, ja, dann wartest du mal ab, was dich da so erwartet, weil, ähm, es wird jetzt nicht so eine Schenkelklopfer-Komödie sein, ich wusste, dass es eine gewisse Komödie ist, in irgendeiner Art, aber so etwas habe ich dann doch nicht erwartet, bin dann da rausgegangen, ähm, aus dem Film und hab gedacht, Mensch, das ist was, ja, eigentlich Spiegelvorhalten vor die Gesellschaft, weil, äh, da eben so eine, so eine Pseudopietät aufgebaut wird, in einer eigentlich recht aufgeklärten und auch vertechnologisierten Welt, äh, wenn du da Emi durch die, durch, durch Straßen von Rumänien laufen siehst, siehst du da halt nur irgendwelche dicken Karren irgendwie, laut, Menschen, die sich nur gegenseitig bepöbeln und sich gegenseitig nur das Schlimmste wünschen, andauernd eine extrem laute Stadt, durch die sie da läuft und dadurch, ich finde diesen Film ein interessantes, ja, Zeitzeugnis ist schon ein sehr starkes Wort, aber, äh, halt dann doch irgendwo so ein Abbild der aktuellen Realität, die wir da erleben, nur eben filmerisch aufgearbeitet, wir bekommen gar nicht mehr mit, wie laut die Städte sind, wir bekommen gar nicht mehr mit, wie viele große, pompöse Autos da sind, wir bekommen gar nicht mehr mit, wie sehr man sich bekämpft und wie, wie sehr heutzutage immer wieder Worte einem im Mund umgedreht werden und das schafft, und das schafft dieser Film wirklich gut einzufangen. Vermutlich muss man ihn gucken, aber momentan, ich hab überhaupt keinen Sinn über die Handlung, ich weiß nur, sie geht da spazieren, da sind laute Autos. Genau. Das hab ich jetzt mitgenommen. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Okay, gut, mach den Film für mich erstmal. Sex tape. Nicht so interessant. Die Frage ist, ist das denn so ein Revenge-Porn oder, ne, ist das, oder ist das jetzt hier Geheimnis, wie das denn an die Öffentlichkeit kommt? Das, äh, tatsächlich ist, ähm, nicht, das wird nicht aufgegriffen. Das Video ist einfach irgendwann online. Und dann, ähm, siehst du tatsächlich Emi, wie sie einfach den Alltag verbringt, so, in einem Spannungsfeld, wo sie weiß, irgendwie seit wenigen Tagen ist dieses Video online. Ähm, aber ansonsten ist, passiert da nicht viel. Also in der, in der Erzählung ist da jetzt kein Bogen oder kein roter Faden drin, sondern du hast sehr stark abgegrenzt diese drei, äh, Kapitel, wovon das zweite mit diesem Definitionsanteil quasi überhaupt nichts zur Geschichte an sich beiträgt. Das erste einfach nur Emi im Alltag zeigt und das dritte Kapitel dann halt, ähm, dieses Tribunal, äh, darstellt. Und eine, wie gesagt, jede Figur ist das Stück weit so eine Repräsentation einer Gesellschaftsschicht, einer Gesellschaftsform. So. Möglicherweise ist da tatsächlich dann nochmal eine, eine besondere, äh, besonderer Schwerpunkt auf der rumänischen, äh, Gesellschaft. Da kenne ich mich aber zu wenig aus, muss ich ganz offen sagen. Echt? Um das jetzt zu, um das jetzt zu bewerten, äh, wie dort. Äh, wieso, du bist doch Rumäner. Ähm. Peter Maffei. Aber man sieht halt noch genug, äh, Parallelen zur deutschen und internationalen Kulturengesellschaft. Ja, guckt ihn euch an oder lasst es. Ähm, ich hab auch überlegt, ob ich diesen Film in die Speedround mitnehme, aber alleine die, die Erklärung, wie dieser Film aufgebaut ist und was ihn so besonders macht, würde länger als eine Minute dauern. Ähm. Trotzdem gescheitert. Hat, oder hat länger als eine Minute gedauert. Und von daher, ähm, ist er nicht in der Speedround. Und ich hab hier nur kurz drüber geschnackt. Goldner Bär bei der Berlinale. Hm. Ne? Heißt ja auch was. Ja, muss man wohl gesehen haben. Ja, es glaube ich tatsächlich, tatsächlich so. Es glaube ich tatsächlich so. Ähm, ja. Viele Szenen, wo man so sagt, das ist cringe, aber irgendwie, so sind Menschen. Leider. Mhm. Ja. Das stimmt. Ich kann noch einen zweiten Film erläutern. Ansonsten hast du noch bei dir an die Penny-Doku stehen. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Ja, Penny-Doku ist eine Penny-Doku. Und zwar, vielleicht der eine oder andere kennt es, also es gibt ja glaube ich nicht wirklich viele Dokumentationen, die irgendwie wirklich Kultcharakter haben. Ah, aber die Penny-Doku von Spiegel TV, die ist glaube ich schon. Die Penny-Doku. Also es gab auf alle Fälle im Jahr 2007 schon mal eine Doku über den Penny-Markt auf der Reeperbahn. Da sind geile Gestalten. Wo da so die verschiedensten, also man kann sich das vorstellen wie der goldene Handschuh nur in einem Kaufhaus. Und in echt. Also wirklich sehr viele. Ein Kaufhaus süß. Abgehängte Existenzen, die da natürlich einkaufen. Also alles Leute auf dem Kiez. Viele Alkoholiker natürlich. Leute, die Krankheiten haben. Die eine hat Tuberkulose und Hepatitis C und keine Ahnung, was noch. Und da gibt es jetzt eine neue Version von. Also 15 Jahre nach dem Kult-Erfolg jetzt per Penny-Markt auf der Reeperbahn 2021 in Zeiten von Corona. Die habe ich mir gestern angeguckt. Die ist komplett bei YouTube. Die geht eine Dreiviertelstunde lang und da sieht man auch wieder so verschiedenste Kunden, die sehr unterhaltsam sind. Und ich sage nur, das geht ein bisschen so in Richtung Ditsche. Und alleine so für das große Finale hat sich das allein schon gelohnt. Ich bin gestern wirklich aufgrund dieser absolut super tollen Realsatire fast von der Couch gerutscht. Weil man sieht irgendwie die ganze Zeit so einen Typen, der sagt, der ist Musikproduzent, sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus hier, wie heißt der, Wagner von der Bild-Zeitung und, na, wie heißt der, Jürgen Dreefs. Also sehr heruntergekommen, wahrscheinlich schon so Anfang 70 mit so leicht schütter werdenden länglichen Haaren. Der erzählt, ja, ich bin ja hier Musiker und ich singe hier mal was vor. Und dann irgendwann zeigen sie dann draußen, steht jemand vor dem Penny-Markt auf der Straße und scheint ein Dynamo-Dresden-Fan zu sein. Und dann auch irgendwie stockbesoffen und singt da lebenslang Dynamo und ganz zum Ende hin sieht man dann diese beiden irgendwie auf der Straße stehen. Und das ist, allein diese Szene, dafür lohnt sich diese ganze Dokumentation. Also ich fand es sehr spannend, sehr unterhaltsam. Ja, also wirklich, die Penny-Doku, wer die alte noch nicht kennt, da ist es, glaube ich, ein Dreiteiler, besteht aus irgendwie tatsächlich dreimal halbe Stunde oder sowas. Und das ist einfach, das ist göttlich, also es ist erschreckend und unterhaltsam zugleich. Ja, aber es ist auch so ein bisschen leider so ein Voyeurismus mit dran. Ja, absolut. Und so eine Elendsgeilheit so ein bisschen, wo man so denkt, ach, das ist eigentlich nicht cool, dass ich mir das so angucke und wie das so inszeniert ist auch. Wobei, ich meine, weggucken will man ja auch nicht, aber es sucht sich natürlich schon die besonders asozialen Perlen raus. Ja, auf der anderen Seite tauchst du aber auch in so ein Leben ab, das dir eigentlich total komplett verborgen ist. Aber da muss ich dich jetzt kurz mal sozusagen mit den eigenen Waffen schlagen, weil als Phil und ich über diesen YouTube-Kanal ich gesprochen haben, mit den Junkies, da warst du so, ja, was soll das, weil so jeder so Drogenscheiße sind. Ja, das weiß ich auch jeder, dass Drogenscheiße sind. Ja, nee, aber da war dein Argument ja eben, warum soll ich mir das angucken, so eine Elendsparade. Da war nämlich mein Argument genau, dass das eine Welt ist, die einem so verborgen ist. Ja. Ne? Siehste mal. Das stimmt natürlich. Ja, ja. Naja. Ich bin mit eigenen Waffen geschlagen, ey. Ich zergehe zu Staub. Ja, nee, aber ich verstehe das schon, ja. Also ich fand diese originale Penny-Doku eigentlich auch ganz interessant anzusehen. Und dann gab es ja noch eine über die Esso-Tankstelle auf der Reeperbahn, ne, mit ähnlichen, wo es dann natürlich hauptsächlich um das Nachtleben ging, wo die Leute sich dann ihr Bier zum Vorglühen vor dem Clubbesuch besorgt haben. Auch sehr amüsant. Die ist tatsächlich auch ganz angenehm. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Ja, Reeperbahn, da ist so ein Mythos drüber rum. Die geile Meile, ne? Ja, also ich war in zwei verschiedenen Lebensabschnitten dort auf der Reeperbahn und mir hat sich dieser gesamte Nimbus nicht erschlossen. Also es ist so toll, da kann man lang gehen und so etwas, aber weiß nicht. Ja, erschließt sich mir nicht. Finde ich nicht cool. Dieses, also kann man bestimmt tolle Zeit erleben, aber was da alles an Alkohol und Drogen und auch an Menschen rumlaufen. Hat mehr Abstoßendes als Anziehendes auf mich. Ja, wenn man eh nicht so dem Alkohol zugeneigt ist, so wie ich. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch gar kein Alkohol getrunken. Dann verliert die natürlich erst recht ihren Reiz. Ja. Nüchtern möchtest du da auch nicht lang gehen. Nee. Ja gut. Nehme ich mal auf meine, wenn ich abends eine Pizza esse, Watchlist. Genau. Das ist ja dann genau die richtige Länge dafür. Da ist es gut aufgehoben, ja. Okay. Ich versuche mal wieder ein bisschen Niveau hier reinzubringen. Oh, danke, hast du schon verstanden. Und zwar mit Last Night in Soho. Das ist ein Film, der gerade vor kurzem ins Kino kam. Mit, ähm, Anja Taylor-Jo in der Hauptrolle. Die kennen wir insbesondere als Hauptrolle in Das Damen-Gambit. Und, äh, Thomasin McKenzie, die, die, die wir vielleicht alle kennen als junge Jüdin in Jojo Rabbit. Also so quasi das Love Interest von, ähm, dem Hauptdarsteller. Ähm, und, äh, damit eigentlich, äh, ja, auch zwei Bekannte und tatsächlich, ähm, auch, äh, hübsche, äh, Rollen, was für diesen Film auch recht wichtig ist. Ähm, Thomasin McKenzie spielt Ali und Ali, ähm, hat, ist, ist total verliebt in die 60er. Also sie hat ihr Jugendzimmer vollgeklatscht mit so Audrey Hepburn-Postern, hört auch nur 60er-Musik und schneidert sich auch selber die Kleidung. Und weil sie so gut im Schneidern ist, möchte sie im London, äh, in London City quasi eine, ähm, eine, eine Ausbildung, äh, zur Modedesignerin machen. Und, äh, ja, fährt vom Dorf dann nach London und möchte dort, äh, Fuß fassen. Und, ähm, freut sie natürlich total, dass sie da auch jetzt in, äh, Soho unterkommt, wo dann auch richtig, äh, ähm, dann irgendwie das Nachtleben pulsiert und sie malt sich da so aus, 60er-Jahre und so weiter. Und auf einmal hat sie Visionen und, ähm, Träume, ähm, dass sie tatsächlich in die 60er-Jahre, äh, zurückgeworfen wird. Und da begleitet sie dann, äh, Sandy, gespielt von Anna Taylor-Joy und Sandy ist da halt eine, äh, Frau, die auf der Bühne steht, dort bei den Revues tanzt, die aber auch da, ähm, dann, äh, mit Männern sich zur Seite setzt und so weiter und so fort. Keine Prostituierte, aber eben so eine, die im Grunde genau diesem Glamour-Style entspricht, den Ellie sich so ausmalt. Und, ähm, irgendwie bekommt Ellie aber auch mit, dass nicht alles eigentlich so cool und so fancy und so shiny ist und Glitzer, sondern dass es, äh, dass da halt ein ganz anderes Regiment im Hintergrund ist. Und Ellie bekommt irgendwie mit, dass mit Sandy in den 60er-Jahren irgendwas auch ganz, ganz schiefläuft. Und das will sie weiter herausfinden und sie wird auch immer mehr von Visionen und, äh, ja, Zeitreisen ja schon fast, äh, geplagt. Ist ein Horror-Thriller. Mhm. Ähm. Ja, vor allem, was du jetzt unterschlagen hast, Regie von Edgar Wright. Deswegen, äh, wird der auch so hochgehypt, weil das der Regisseur von, äh, Baby Driver ist. Ja. Ja. Das kommt auch noch mit hinzu. Muss man auch mal sagen. Und Scott Pilgrim. Mhm. Ja. Und so. Und, ähm, währenddessen Scott Pilgrim und Baby Driver ja eher so wild und, ähm, und, und, und fancy. Also, halt, als so frisch waren, sozusagen, ist Last Night in Soho halt jetzt nicht so frisch und abgefahren und kreativ, sondern tatsächlich halt wird immer düsterer und düsterer. Und, ähm, jetzt müsste Andi eigentlich kommen und sagen, ja, natürlich, das ist doch vollkommen klar, dass auch in den 60ern da Frauen in irgendeiner Form nicht nur auf der Bühne ein tolles Leben hatten, sondern dass da auch viel Druck dahinter steht. Das ist doch klar, da brauche ich mir den Film noch nicht anzugucken. Doch, guck ihn dir trotzdem an. Ähm, so, ähm, tatsächlich spielt das da aber natürlich auch, haha, spielt das da natürlich mit hinein und da kann man im Grunde sagen, dass Last Night in Soho einerseits so ein Thriller ist, weil es kommt zu Vorfällen und du fragst dich, was ist denn hier passiert? Ähm, zugleich aber auch tatsächlich so ein, auf jeden Fall so ein MeToo-Charakter hat, der, äh, sehr erschreckend ist und sehr toll inszeniert ist, ähm, wo du auch so denkst, okay, gerade in den 60ern wurden Frauen halt dann auf verschiedenste Weise missbraucht und da macht dieser Film keinen, keinen, äh, Bogen drum. Und was da alles gezeigt wird, wie es gezeigt wird und wie sich das entwickelt, ist schon wirklich sehr, sehr toll und, ähm, äh, ja, ich, lohnt sich mal für so einen, äh, Film, wo dann tatsächlich, ähm, ja, die, 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 das Herunterspielen der Rolle der Frau, ähm, Thema sein soll. Ich kam gerade jetzt nicht auf den richtigen Begriff. So, Promising Last Woman, so krass ist Last Night in Soho. Promising Young Woman. Young Woman. Ja, sorry. Promising Last Jedi. Sorry. Ähm, so, so krass und so viel Nachhall hat Last Night in Soho bei mir nicht hinterlassen. Dafür sieht Last Night in Soho unfassbar gut aus. Also, der ist einfach von seinen, von seiner optischen Herangehensweise richtig gut. Äh, die beiden Hauptdarstellerinnen spielen ihre jeweiligen Rollen unfassbar gut. Also, richtig, richtig on point und, äh, äh, fast schon symbiotisch. Ähm, ein Film, der, äh, mir gefallen hat. Auch wenn er ein bisschen schwieriger war. Hm. Das wär schon eher was. Ja, hat auch einen ganz tollen Soundtrack, weil er natürlich dann die 60er Jahre nochmal so aufgreift und dort auch teilweise ein paar Songs dabei hat, die man so entweder lange oder gar nicht gehört hat. Und dann hat er so eine Beschwingtheit und reißt dich dann im nächsten Moment richtig in so ein dunkles Loch hinein. Ist schon sehr, sehr cool. Habt ihr die Ausschnitte aus der neuen Beatles-Doku gesehen? Get Back. Yes, wollte ich noch gucken, ja. Alter Vater. Sieht krass, sieht krass aus, ne? Heftig, heftig. Ja, ja, ja. Ja, steht auf der Liste. Ich hab nur eine Szene gesehen, wo Paul McCartney irgendwie auf der Gitarre rumdödelt und einfach vor sich hin... Und dann Get Back einfach sich aus dem Arsch zieht. Ja, und sich einfach Get Back aus dem Arsch zieht, ne? Und du merkst dann innerhalb von zwei Minuten, wie aus so ein bisschen Rumgeklampfe auf einmal ein Lied wird, das dann später ja, ja, kann man schon sagen, Welthit geworden ist. Ja. Krasser Scheiß. Ja, ähm, ja, also klar, der inhaltliche Aspekt des Ganzen ist natürlich interessant, aber was mich vorrangig interessiert an der Doku, oder nicht vorrangig, aber ich hab einfach auch so wahnsinnig viel Respekt davor, wie der aussieht, der Film. Ich mein, das sind halt uralte Aufnahmen, die halt irgendwie über 60 Jahre alt sind oder so. Ja gut, nicht über 60, aber schon alt, also über 50 auf jeden Fall. Und, äh, und die sehen einfach so krass gut aus. Da bin ich echt so, ja, da bin ich immer so ehrfürchtig, wie ich mir so denke, krass, wie man sowas aufbereiten kann heutzutage, ne? Hat mich sehr erinnert damals an Apollo 11, die Dokumentation, die ja auch so mit schön digital Remastered dann nochmal die Mondlandung gezeigt hat. Ja, was halt einfach auch nur zeigt, also ich mein, klar, du kannst ja digital irgendwie rumtricksen, aber was eigentlich auch nur zeigt, wie gut Film ist, ne? Also es wird dann immer so, ja, so alter Film und so. Ne, es ist einfach eine Frage, wie dieser Film einfach mal aufbereitet wird, wie der gescannt wird, wie der, äh, ja, bearbeitet wird am Ende. Äh, weil die, die, du kannst halt keine, keine Qualität erzeugen, die nicht da ist, so, ne? Also das heißt, die Sachen sind alle in Filmen so enthalten. Ähm, die Information, das ist schon echt beeindruckend, ja. So eine alte Technologie eigentlich überdauert. Ja, aber werde ich mir angucken, steht auf der Watchlist, die Get-Back-Doku. Bei mir Last Night in Soho, mit dem hast du mich. Sehr schön, freut mich. Ja, ich hab da gemischte Sachen zugehört und ich kann dir jetzt auch gar nicht kontrabieten, weil ich hab, ja, ihn noch nicht gesehen. Du machst dir halt selbst ein Bild. Eben. Ganz einfach. Ja. Muss wohl. Ja. Ich, ich hab noch was ganz Kurzes für die Speedround. Ähm, nennt sich, nein, sag ich, da muss ja die Zeit laufen. Machst du mir die Ente, Micha? Okay, mach dir die Ente. Ja? Warte. Im Hintergrund hörst du das? Lass mich kurz einstellen hier. Timer, Ente, drei, zwei, eins, los geht's. Es geht um Old, die Verfilmung vom M. Night Shyamalan, so heißt der, glaube ich, ein bisschen hingenuddelt. Die Verfilmung des, ähm, Buchs, der Graphic Novel, ähm, Sandburg. Was für ein Scheißfilm. Holy shit, was für ein Scheißfilm. Geht darum, Familie, ne, ist kein Spoiler. Familie kommt ans Strand und, äh, wird spontan älter, alle halbe Stunde ungefähr ein Jahr. Und währenddessen, dass die Graphic Novel einigermaßen gut eingefangen hat, dieses, dieses weirde Szenario, ist der Film einfach total lost, hat keinen roten Faden, springt einfach hin und her, hat keine Kohärenz, ganz schlechtes Schauspiel. Äh, lange nicht mehr so einen schlechten Film gesehen wie Old. Interessant. Also, zehn Sekunden hast du noch. Nee, mehr ist es nicht wert. Mehr ist es nicht einfach, ja, okay. Na gut, dann kriegst du auch keine Ente, Phil. Doch. Naja, okay, komm, weil du's bist. Juhu! Ähm, ja, Old, ich sag mal, ich hab da mal wieder, wie bei M. Night Shyamalan Filmen, so gemischte Sachen gehört. Ich wollte den noch gucken eigentlich. Also, ist er, ist er, ist er schlechter als The Happening? Nein. Oder anders gefragt, nee, natürlich ist er nicht schlechter als The Happening, weil The Happening der verfickten, schlechteste Film aller Zeiten ist. You name it, also so ist es halt. Aber, ähm, aber, also er ist besser. Alter, also, wenn, wenn, wenn du, wenn du so sagst, du, du kannst Bananen essen oder kannst ein Stück Scheiße essen, dann sind Bananen immer noch besser für mich, ja. Bananen sind überhaupt beste Frucht. Ja. Ja. Ähm, na gut. Ähm, okay, also, ja, okay, also er ist besser. Äh. Dazu wirst du kein, du wirst mich nicht dazu bekommen, dass ich irgendwie ein gutes Wort über dieses Film kriege. Ja, nee, so Ranking, ein Ranking möchte ich gerne. Ein Ranking, ja, wie gesagt. Wie geht der bei den M. Night Shyamalan Filmen? Über, ja, The Happening geht nicht, aber ansonsten. Lady in the Water. Hab ich nicht gesehen. Old. Kommt sofort Old. Äh. Krass. Ja, aber warum denn? Also, wie kann man denn so ein Thema so verkacken? Also, ja, die Sache ist halt, dass, glaube ich, es sehr schwer einzufangen ist, wie, ähm, also, dass Menschen am Strand innerhalb von einer halben Stunde altern und du siehst ihn nicht beim Altern zu, sondern sowohl die Graphic Novel als auch der Film arbeiten damit, dass irgendwie zwei Leute sich unterhalten und dann jemand da aus der Ferne schreit. Oh mein Gott, hier ist irgendwas passiert und dann laufen die da hin und da stehen total andere Menschen, weil die halt irgendwie zwischenseitig schon wieder zehn Jahre älter sind. So, ähm, und das, das ist schon in der, im Gezeichneten schwer einzufangen gewesen, weil die spielt, das spielt genauso, aber im Film funktioniert das einfach nicht. Ähm. Warum nicht? Weil du dann wirklich mit kompletten neuen Charakteren teilweise, also optisch neuen Charakteren konfrontiert bist und, ähm, dort dieser Progress sozusagen, den du im Gezeichneten noch machen kannst, dass du dann zum Beispiel da dann einem jungen Mädchen dann vielleicht ein bisschen mehr Busen gibst und irgendwann dann vielleicht die ersten Gesichtspalten. Ja, du hast den Film doch nicht da, um zu sehen, wie haben die das gemacht, dass die jetzt schnell altern, weil ich meine, es gibt ja, es ist ja ein Film, ein uraltes Stilmittel, dass du irgendwie den Hauptcharakter als junge Person hast und auf einmal Schnitt hast du den Charakter halt als irgendwie mittelalte Person. Ja, ja. Gerade auch beim Film hätte ich gedacht, dass man da wesentlich detaillierter zeigen kann, wie die Leute so langsam altern, weil ich sage mal so, jetzt fünf Jahressprünge oder sowas in einer Graphic Novel darzustellen, stelle ich mir weitaus schwieriger vor, als. Ja. Als irgendwie jemandem da alle paar Minuten ein bisschen mehr Faltenprothetics da ins Gesicht zu machen. Ja, aber trotzdem ist da für mich der Punkt einfach, ähm, das ist ja noch kein Grund, so einen Film abzuwerten. Also, wie, wie jetzt das Altern abgebildet ist, ne, weil ich meine, das ist ja ein legitimes, gängiges, äh, Stilmittel im Film, so Zeitsprünge. Ja, er kümmert sich halt aber auch nicht um seine Geschichte und seine Figuren, da wird im Grunde nur von Effekthascherei, also von Vorfall in Anführungsstrichen zu Vorfall gesprungen und die haben auch keinerlei, ähm, gefühlte Nachwirkungen. Natürlich, wenn da in irgendeiner Form eine Person älter wird oder, ähm, dann irgendwann ist halt, sind halt auch gewisse Altersschwellen erreicht, dann passieren Dinge, ähm, natürlich hat das dann nach hinten hin Auswirkungen. Aber ansonsten hüpft dieser Film wirklich, äh, nahezu unkontrolliert und fast schon so, so wie so ein besoffener, schwankend, irgendwie. Mault sich einfach. Ja, mault sich. Besser hätte ich es nicht sagen können. Aber wirklich, wo du echt so das anguckst und sagst, okay, wo, wo, wo ist hier auch der nur ansatzweise rote Faden? Vielleicht habe ich bei Old das Feeling gehabt, wie, wie ihr bei meiner Erzählung zu, ähm, hier, Bad Luck Banging or Loony Porn. Ja, bin ich wirklich 17 Jahre gealtert in der Zeit. Das stimmt. So, also es ist wirklich unanschaubar. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem gucken irgendwann. Ja, mach mal. Und dann beziehe ich auf diese Sendung und mach mich fertig und, äh, mein, dass ich die Welt nicht verstanden hätte. Ja, wahrscheinlich. Bin sehr gespannt da drauf. Ja. Ja, wo wir gerade beim, ich, ich bleib dabei, sorry, ja, Andi. Wo wir gerade beim Thema sind, äh, Lebenszeit verschwendet für irgendwelche Sachen, die nicht so gut sind. Also alle, die jetzt, äh, meinen, sie müssten vielleicht die Amazon Prime Serie Nine Perfect Strangers mit Nicole Kidman gucken. Bitte vielleicht einfach bis zur nächsten Nerd Talk Sendung warten, dann kann ich euch genau sagen, ob das, äh, verschenkte Lebenszeit ist, ja oder nein. Also du guckst die gerade schon? Achso, okay. Ich guck die gerade. Also du ziehst die jetzt einfach zum Ende durch und. Ja. Okay. Immer in der Hoffnung, dass es noch irgendwie besser wird und irgendwie einen super tollen Twist kriegt, aber momentan noch nicht. Spart euch das bisher, guckt was anderes, ich sag euch dann. Bis der Andi da sein finales Urteil ablehnt. Genau, richtig. Ja, und dann zack, ab in den Gulag mit der Serie. Bäm. Ja, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Vergessen. Naja. Ähm. Ja, lohnt sich auch nicht für old. Nine Perfect Strangers und old, ja. Also ich war tatsächlich ein bisschen erschrocken, als dieser Film in die Kinos kam, da hab ich gedacht, oh, hier, ähm, Regisseur ist ja schon, Name, Glas, Split und so. Ja, aber hatte der überhaupt einen richtigen Kino-Release, der Film? Ja, doch, doch, hatte er, hatte er, hatte er. Ja, auch tatsächlich, genau, im Rahmen einer Pandemie, das muss man halt sagen, aber auch im Rahmen einer Phase, wo die Kinos gute Besucherzahlen hatten. Also im Rahmen, wie gesagt, einer Pandemie wieder, aber gemessen daran, also das war jetzt nicht ganz am Anfang oder ganz am Ende. Und das ist ja schon so, dass Kinos durchaus kurzen Runden erlebt haben. Sondern so mittendrin zwischen der zweiten und der dritten, zwischen der dritten und der vierten Welle. Ja, so etwa, ganz genau. Good times. Ja, früher. Ja, ähm, ja, also ich bleib dabei trotzdem, ich glaub, M. Night Shyamalan kommt nochmal wieder. Ich glaub, das ist ein wahnsinnig talentierter Typ, der hat halt irgendwie nur gerade irgendwie eine schlechte Phase. Das glaub ich sogar, da würd ich sogar mitgehen. Irgendwann kommt der, ja. Da würd ich mitgehen. Ja. Der ist nicht, der ist, der ist nicht falsch. Eben. So. Eben, ja. Na gut. War's das? Ich glaube, oder? Das war's, euer Ehren. Ja. Geil. Dann haben wir's rund, war? Ja. Um's mit den Worten von Jack Nicholson zu sagen, ziehen wir's nicht unnötig in die Länge, so gut verstehen wir uns auch wieder nicht. Hat er recht, der Herr Nicholson. Ja, ja, ja. Gut verstehen tun wir uns aber mit unseren Spendern bei Patreon und Steady. Hast du gesehen, wie der Phil einfach, einfach wirklich, der Paul McCartney. Alter, dann wird einfach wegmoderiert. Ja, der Paul McCartney des Podcasts. Da kann sogar Thomas Gottschalk noch was lernen, ey. Ja, wirklich, ey, der Paul McCartney des Podcasts. Ne, einfach sich so eine Überleitung aus dem Arsch gezogen, ey. Ja, Wahnsinn, Phil. Wahnsinn. Wirklich. Wenn ihr uns da unterstützen möchtet, ein bisschen monetär, sowohl bei Patreon als auch bei Steady. Ansonsten, wenn nicht, hört gern oder gebt gerne mal eine Rezension auf iTunes ab oder bewertet uns bei Spotify oder iTunes oder was auch immer. Manchmal ist es nur ein Mausklick und ihr könnt dafür deutlich mehr Sichtbarkeit sorgen. Und wenn ihr uns da direkt unterstützen möchtet, geht das eben auf den Plattformen. Und das tun Mirko, Salos, Krise, Gringo, Keilbahn, Matthäus, Leutnant, verdammte Leutnant-Verrannte, Maddin, Lena, Christoph, Salten of Swing, Captain, Bernhard, nicht Captain Bernhard, das sind zwei verschiedene Personen, Steffelowski, Fabian und Gattaka. Ja, vielen Dank, dass ihr uns regelmäßig unterstützt. Ihr seid ganz tief in unserem Herzen. Ja, richtig geil. Ja, habt eine tolle Vorweihnachtszeit. Wir werden uns irgendwie nochmal hören, aber jetzt genießt erstmal die nächsten Tage, passt auf euch auf, fühlt euch in eine dreckige Hundedecke eingelölt. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Adieu. Dieser Titel stammt von der Erfurter Band From Us. Aktuelle Titel von der Kombo, die heute Kopfhoch heißt, gibt es unter kopfhoch.bandcamp.com.